Gute und herzlich willkommen zum Nachtaktiv-Podcast. Ich befinde mich hier in den vier Wänden bei K1 von 3AM. Hallihallo, herzlich willkommen auch bei mir. Schön, dass du hier gefunden hast. Hat ja auch eine Weile gedauert, bis das jetzt mal geklappt hat. Wir sind ja schon seit einiger Zeit im Kontakt, aber jetzt ist es soweit. Ja, ich freue mich. Ich glaube, du hast viel zu erzählen. Dann stelle ich mal meine Einstiegsfrage. Wie bist du damals zu Graffiti gekommen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt auch nicht 20 oder 30. Das bedeutet, ich habe natürlich zu einer Zeit angefangen, wie viele in meinem Alter. Ich bin 54 mittlerweile. Kann man ja zurückrechnen, wenn ich jetzt 36 Jahre auf dem Buckel habe. Das heißt, ich habe 87 angefangen, mich jetzt direkt als Writer auch zu verstehen. Aber die Entwicklung dahin hat schon ein bisschen früher eingesetzt. Also ich muss dazu sagen, ich komme jetzt nicht aus einer Großstadt. Fulda, wo wir uns hier befinden, ist ein relativ kleines Städtchen. Überschaubar ist auch so ein bisschen nirgendwo. War früher direkt an der deutschen Zonengrenze, also zwischen Bundesrepublik und DDR, direkt an der Grenze. Und dementsprechend ein bisschen abgeschnitten, im Gegensatz zum Rhein-Main-Gebiet oder vielleicht auch Gießen, die da mittendrin liegen. Aber wir waren so ein bisschen im Randgebiet. Und dementsprechend hat man natürlich auch so, ja, zu der Außenwelt, sage ich mal, zu der großen, weiten Welt noch nicht so den Bezug gehabt. Nichtsdestotrotz war ja auch 1984 in den Medien, aber trotzdem diese Breakdance-Welle sehr präsent. Und das war was, was mich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr abgeholt hat. Ich war natürlich in der Schule jetzt, ja, sage ich mal, jetzt nicht so der allerbeliebteste, ich will nicht sagen Außenseiter, aber ich bin eher introvertiert und habe auch so ein bisschen, ja, so mein eigenes Ding immer schon gemacht. Und deswegen habe ich da schon auch immer nach Sachen gesucht, die mich selber interessiert haben. Jetzt nicht das 0815-Zeug von meinen Klassenkameraden oder von meinen Freunden, die ist da bei mir, ein Dorf, aus dem ich komme, hier in Fulda. Da war natürlich einiges, was mir gefehlt hat. Das war mir zu viel gesaufelt, zu viel Gebauer und die Leute waren mir zu brollig. Im Endeffekt habe ich da, wie gesagt, schon immer irgendwo geschaut, was gibt es sonst noch, auf was habe ich irgendwie Bock. War trotzdem logischerweise auch im gängigen Fußballverein, habe auch solche Sachen alle mitgemacht. Aber halt immer auf so einem gewissen Level, wo ich gedacht habe, okay, das kann hier nicht alles gewesen sein. Und dann kamen, so 1983 hat das ja schon so ein bisschen angefangen, bis 1984 war dann so der Höhepunkt. So dieses ganze Breakdance oder wie man es ja richtig sagt, B-Boying-Welle, die dann nach Deutschland geschwappt ist von Amerika rüber. Also die hat dazu geführt, dass ich da mein Leben eigentlich völlig auf den Kopf gestellt habe. Da war nur noch Breakdance für mich, Fußball zwar auch noch, aber halte ich mir so, ich war nur noch auf diesem, ja, zu dem Zeitpunkt gab es ja Hip-Hop in dem Maße noch nicht als Kulturbegriff, sondern es war ja eigentlich erst mal nur Breakdance, so habe ich halt eine Zeit lang gemacht, bis 1986 eigentlich im Prinzip aktiv. Habe dann innerhalb dieses ganzen Zeitraums, dieser ganzen Entwicklung natürlich dann auch im Fernsehen die ersten Graffiti-Bilder gesehen. Ich wusste aber natürlich null damit anzufangen, weil was hat das jetzt miteinander zu tun? Ich habe im Endeffekt das Ganze als Bühnenhintergrund verstanden für die Breaker, die da aufgetreten sind. Also hatte noch gar keine Ahnung von diesem Konglomerat aus Hip-Hop und Graffiti in den USA und Breaken und war natürlich alles für mich noch Neuland. Habe aber schon so ein bisschen interessiert, weil ich auch als Kind schon immer gern gemalt und gezeichnet habe. Ich habe natürlich überlegt, was ist denn das, warum malen die da jetzt oder mit Sprühdosen da diese Hintergründe oder was ist da auf der Wand? Habe ja aber auch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe Style Wars, diese berühmte Doku, war noch vor Wildstyle im Fernsehen. Also da habe ich zumindest gesehen, Wildstyle habe ich irgendwie verpasst, ist ja zu dem Zeitraum auch gelaufen im Fernsehen 84. Aber Style Wars habe ich gesehen, das hieß damals noch in der ZDF-Ausgabe U-Bahnbilder und verrückte Beine. Also quasi die deutsche Übersetzung oder der Untertitel. Und mich hat da bei Style Wars halt die Break-Szene interessiert oder die Szene, die es da gab. Und habe ja dann aber relativ erstaunt festgestellt, dass 90% oder 80% des Filmes eigentlich ums Writing oder ums Graffiti geht. Und Breaken ja quasi nur, wenn Hip-Hop erklärt wird, dazu genommen wurde, so ein bisschen als Aufheller des Films. Und habe gar nicht verstanden, dass es eigentlich da um dieses Writing geht, dass es irgendwie miteinander zusammenhängen könnte. Aber dadurch angestoßen, durch das Breakdance, habe ich natürlich auch irgendwann mal gedacht, okay, schaust du dir das Ganze mal an. Was ist jetzt Graffiti genau oder diese Kritzeleien, diese Sprühereien. Dann stand mal vielleicht irgendwas in der Bravo, in einem Artikel, ja, die sprühen da die Züge an. Und habe da so ein bisschen rudimentär, auch das Wildstyle-Logo war da überall immer zu sehen, in irgendwelchen Medienberichten. Das Wildstyle-Logo von Zephyr und Revolt, das berühmte, weltberühmte. Und habe dann natürlich irgendwann auch mal selber gedacht, ach, sprühst du auch mal Breakdance irgendwie an die Wand? Hier im Fulda hatte ich eine alte Dose, eine alte Sprühdose noch von meinem Vater, glaube ich. Und der hat einen Keller oder eine Garage stehen gehabt und habe mir dann einfach eine genommen und bin dann in die Stadt und habe da dann so ein bisschen Rap oder Breakdance oder so ein bisschen rumgesprüht. Das waren so die allerersten Kritzelversuche. Bin dann aber auch, unabhängig davon, ohne mich jetzt noch als Writer zu verstehen oder schon als Writer zu verstehen, auf die Idee gekommen, dieses Wildstyle-Logo, was ja diesen typischen Zacken-Background hat und dann diese Wildstyle-Schriftzug in gelb, der Zacken-Background war ja rot, das mit dem Edding irgendwie nachzuvollziehen. Aber nicht Wildstyle zu schreiben, sondern irgendeinen anderen Begriff oder Wort. Ich habe halt Go genommen, also G-O, so nach dem Motto Go mit einem Ausrufezeichen dahinter, G oder vorwärts oder so, so war der Gedanke dahinter ganz einfach so naiv, wie ich halt damals war. Und auch diese Zacken drumherum, so ein paar Kringel als Steine, die so wegfliegen. Und damit bin ich dann halt mit einem Edding, den ich halt damals hatte, dann herumgezogen und habe dann überall die Bushäuschen und irgendwelche Wände, die halt mit dem Edding zu bemalen oder zu beschriften waren, dazu getaggt in Anführungsstrichen. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Graffiti, sage ich mal. Dann war aber auch erstmal eine Zeit lang Ruhe. Ich habe mich dann so ein bisschen aufs Platten-Sammeln konzentriert. Da war Rap dann irgendwann für mich das Ding. Da habe ich mich dann immer mehr in diese Rap-Schiene dann reinbegeben. Habe dann natürlich auch Platten-Cover gehabt, die mit Graffiti bestückt waren. Und das hat wieder so ein bisschen Input gegeben. Dadurch habe ich natürlich versucht, das so ein bisschen nachzuzeichnen, ein bisschen nachzumalen, zu gucken, das kannst du übernehmen. Aha, das ist eine ganz andere Schrift. Aber natürlich auch nicht, es war ja kein Writing, also kein Name-Writing, Style-Writing in dem Sinne, sondern einfach Deko oder Grafik für diese Platten-Cover. Und habe da natürlich auch gemerkt, okay, da muss aber irgendwie mehr dahinter stecken. Ja, schauen wir doch einfach mal, was ich damit machen kann. Habe auch meine ganzen Mixtapes, die ich da, also die ganzen Rap-Mixtapes, die ich mir da aufgenommen habe, habe ich dann mit Kaffern versehen, also mit Booklets sozusagen. Und das war so meine weiterführende Geschichte. Mit Rappen habe ich selber nie angefangen, das ist nicht so meins. Sprachlich bin ich nicht so versiert, sage ich mal, als das Rappen mein Ding wäre. Natürlich habe ich auch mal einen Text geschrieben, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie gedacht hätte, ich probiere es mal und dann scheitere ich, sondern ich habe gleich gewusst, okay, ist mal ganz nett oder ganz witzig, aber das will ich auf keinen Fall weitermachen, das ist nicht mein Ding. Aber so dieses Graffiti-Ding immer mehr. Und dann kamen auch irgendwann mal so ein paar einschneidendere deutsche Medien-Einflüsse, die mir gezeigt haben, dass in Deutschland eigentlich auch was geht. Also noch nicht mal so im Rhein-Main-Gebiet, da war vielleicht gerade noch in Mainz, Zepster und Kentu waren gerade ziemlich am Aufsteigen. Aber am meisten ging halt in München ab und dann auch irgendwann aber 88 Jahre in Hamburg. Und München, seit jeher kannte ich die Gegend da unten, weil ich Verwandtschaft habe. Eine Tante von mir und deren Familie wohnen am Tegernsee, das ist ungefähr 50, 60 Kilometer südlich von München. Und da waren wir öfter zu Besuch natürlich mit der Familie, als ich noch Kind war. Und deswegen war München schon rudimentär bekannt, sage ich mal. Aber natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich dann quasi mich für Graffiti interessiert habe, wusste ich noch gar nicht, wie weit es dort schon fortgeschritten war. Aber es gab dann das Jahr 87. Das ist so der Punkt, an dem ich jetzt wirklich sagen würde, ab da bin ich dann wirklich eingestiegen oder geflasht worden, weil da sind zwei Dinge passiert. Wir sind dann auch wieder in diesen Sommerurlaub gefahren. Also ich war die Schule abgeschlossen mit 87. Und wir haben uns überlegt, okay, so zum Abschluss zwischen Schule und meiner Ausbildung, die ich dann anfangen wollte, ich wollte eine Gärtenausbildung machen, da könnte man noch mal, wie gesagt, drei Wochen noch mal runterfahren, zur Familie runter an den Tegernsee und dann noch mal Urlaub machen. Ja, dann sind wir da hingefahren. Und wie man sich das natürlich vorstellen kann, die Eltern sind so ein bisschen auf Wandertour oder haben da ihre Berge und toll und Ausflüge machen. Und da hast du natürlich nicht immer Bock, da mitzumachen. Dann schnappst du dir vielleicht mal das Fahrrad von der Cousine und fährst mal so ein bisschen in der Gegend rum. Und das war es ja aber eigentlich auch, bis ich gesehen habe, die haben ja, im Gegensatz zu uns, wir hatten noch keinen Videorekorder. Und da habe ich mir überlegt, ja, okay, die Filme, die meine Tante und die Cousinen bevorzugt haben, war jetzt nicht so meins. Aber ich könnte ja vielleicht mal in die örtliche Videothek fahren und könnte mal schauen, ob es da einen coolen Actionfilm oder irgendwas für mich halt gibt, was ich mir ausleihen kann. Dann komme ich dann in die Videothek rein, schaue mich so ein bisschen um. Auf einmal sehe ich dieses Wildstyle-Logo. Da war nämlich die Kassette Wildstyle. Also der Film stand da halt auch noch 87 da in dieser Dorf-Vidiothek rum. Und ich natürlich völlig perplex, gar nicht damit gerechnet, aber natürlich ausgeliehen nach Hause. Kassette eingelegt bei der Tante. Und dann, okay, da war ein ganz neuer Film. Und da habe ich natürlich dann diese ganze, auch diesen Zusammenhang, der in Wildstyle ja ganz gut hergestellt wird zwischen Rappen und Breaken. Also dieses ganze Kultur-Ding, was da so ein bisschen zelebriert wird, was ja so gar nicht stimmt. Das haben ja dann jemanden auch festgestellt, dass ja diese Kultur eigentlich nur eine Art Pseudokultur ist, die von Fab Five Freddy so ein bisschen hochgepusht wurde als Gesamtding. Aber da hat man, wie gesagt, alle Elemente, so Breaken, Rappen, natürlich DJing, aber auch Graffiti halt ein großer Part, so als Eins begriffen. Das war natürlich eine Welt, die für mich völlig anders war. Das war nicht mehr nur dieses Bühnen-Background oder Platten-Cover-Ding, sondern da hat wirklich gemerkt, da passiert was. Da werden Züge bemalt, die fahren da, Whole Cars. Das war eine ganz andere Dimension, die ich da wahrgenommen habe. Vor allem, weil ich da ja nicht mehr 14, sondern halt 17 war und dann kannst du das ganz anders einordnen. Und da war ich natürlich sowas von geflasht und hab mir gedacht, boah krass, das willst du machen, das ist dein Ding. Und am gleichen Abend, interessanterweise, ich hatte so ein Zimmer, ein eigenes Zimmer da halt, die Tante hat eine Pension da unten und die hatten so ein eigenes Gästezimmer für uns und ich war halt auch in so einem Gästezimmer und da war auch ein Fernseher drin. Und ich hab dann halt abends da, nachdem ich da meine Video-Session abgeschlossen hatte und wir zu Abend gegessen und so weiter, war ich dann halt, saß ich dann abends da, hab ein Fernseher angemacht und da kam in so einem Regionalfernsehen, also es war quasi die reguläre ARD, aber nicht dritte Programm, also der Bayerische Rundfunk für München da unten, sondern es war dann wirklich in der ARD. Im Vorabendprogramm gab es damals noch so verschiedene Regionalsendungen und da war auch eine, die hieß Abendschau vom Münchner, also Bayerischer Rundfunk, vom Münchner Sender quasi und da haben sie ausgerechnet, ich schalte das Ding ein, selbst so rum, es gab ja nur diese drei Sender sozusagen, ID, ZDF und Bayerischer Rundfunk und sehe plötzlich, wie da so ein blond gelockter von der Leinwand steht und da am Sprühen ist und davor sitzt halt der Moderator und erhält sich mit einem anderen über die Münchner Szene, Graffiti und ich natürlich, war natürlich dann am selben Tag zwei solche Einflüsse und dann wusste ich, okay, München, alles klar, da geht was ab, da wollen wir sonst so die nächsten Tage hinfahren, musste mal die Augen offen halten. Dummerweise ist dann meine Mutter erkrankt, wir mussten wieder zurückfahren, also zu dem Münchenbesuch kam es in dem Urlaub dann halt leider nicht und, aber natürlich wusste ich ab da, okay, jetzt guckst du mal, jetzt versuchst du dich mal so ein bisschen umzuschauen, was gibt es da so alles, gibt es in Frankfurt oder in anderen Städten vielleicht auch so ein bisschen so eine kleine Szene von Leuten, die noch am Start sind oder vielleicht gibt es auch Breaker oder keine Ahnung, ich wusste ja gar nichts, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt und da habe ich dann halt, als ich wieder zurück bin, auch mein erstes Bild dann gemalt mit Sprühdose, habe mir zwar ein Gelb besorgt und eine Schwarz und bin dann quasi in der Nähe von der Line dann halt hingegangen und habe da dann halt mein erstes Bild, das war gar nicht mal so ein Name im Sinne von, ich gebe jetzt den eigenen Namen, sondern es war, ich habe Earl geschrieben, die Earl of Graffiti, also quasi Earl als Peace mit Outlines und dann halt runtergetaggt of Graffiti, ganz normal, weil es nicht besonders wild war, war so ein bisschen an das Wildstyle-Logo von den Seriven her angelegt, also sprich das Saffer-Ding, so mit seinen eigenförmigen Seriven, die man von ihm so kennt, halt abgebeitet, ganz klar, aber das erste Ding so am helllichen Tag auch noch an die Wand gesetzt und gefreut und so ging das halt langsam los und dann bin ich dann halt in 88, war so die nächste Begebenheit, ich hatte, also ich bin dann, war ja 87, hatte ich ja noch keinen Führerschein, bin dann in 88 endlich mit dem Führerschein ausgestattet gewesen und konnte natürlich auch ein bisschen rumfahren, das erste logischerweise, weil es ja wie gesagt von Fulda nur 100 Kilometer entfernt ist, ist Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet gewesen, fährst du da mal ein bisschen runter, guckst dich mal so ein bisschen um, Frankfurt war zu dem Zeitpunkt 88, 89 eigentlich noch tote Hose, da gab es so gut wie nichts, also es gab ein paar Text oder diese typischen, ja, diese, diese, ja, politischen Parolen, die an die Wand gesprüht wurden, Frankfurt hat ja auch eine Hausbesetzer-Szene etc. gehabt, also das gab es schon, aber dieses klassische New York-Writing, wie ich es mir erhofft hatte, noch nicht, zumindest nicht in Frankfurt-Kernstadt, dafür aber, ich habe 88 im Zuge meiner Ausbildung, ich habe ja gesagt, ich habe die Gärtnausbildung angefangen, gab es überbetriebliche Lehrgänge, da bin ich nach, äh, Mainz, äh, Wiesbaden runtergeschickt worden, da gab es so eine Lehranstalt, wo man dann quasi überbetrieblich, äh, äh, Lehrgänge machen konnte, zur Ausbildung unterstützen und da bin ich natürlich mit dem Zug hingefahren und dann kann man sich vorstellen, du fährst, äh, durch Mainz, Wiesbaden, die Line entlang mit der S-Bahn, äh, RTA, Sepser, etc., links, rechts, äh, ganz anderer Style, also viel, viel eloquenter und viel, äh, geiler als das, was ich bisher gesehen habe, so, äh, war natürlich auch wieder eine Offenbarung für sich, da wusste ich auch, okay, äh, das ist, das ist nochmal eine Klasse drüber und das erste Mal durch, ja, richtig Style-Einfluss, äh, aus München habe ich dann aber auch erst 1990 bekommen, da war ich dann das erste Mal richtig nur für Writing in München und hab da zufälligerweise einen Heimeranplatz kennengelernt, die Leute, die es nicht wissen oder die es nicht kennen, das ist, äh, quasi so einer, der ja, äh, neben dem Flohmarkt, der ja in vielen anderen, äh, Interviews, äh, oft als das Größte und bekannteste Ding in München dargestellt wird, war das quasi so die zweite ältere Hall of Fame, bisschen kleiner, aber trotzdem halt wichtig und nachdem der Flohmarkt 89 dort unten abgerissen wurde, äh, war das quasi so der Hauptanlaufpunkt für die guten Leute, sag ich mal so, das heißt, da hast du dann Bilder von Lumet, also ganz stöckige Bilder, das war so eine alte Fabrikhalle, die war auch 7, 8 Meter hoch, auch 50 Meter lang, da hast du dann, wie gesagt, äh, die ganzen alten, äh, Scout, äh, Won natürlich, äh, hat da dieses, äh, Spielplatzbild, dieses schwarze, mit dem, mit diesem Kringel gemalt, was man kennt, äh, wo er da diesen, äh, die S-Bahn als Stier gemalt hat und, äh, der Rider steht halt drauf und, äh, reitet Rodeo, also das Bild kennt man ja, diese Sachen habe ich da live gesehen, das war natürlich noch mal drei Ecken höher vom, vom, vom Input einfach, da ging es natürlich bei mir auch recht schnell, äh, mit dem Style-Einfluss, aber ich habe auch gemerkt, okay, ich sehe sehr viele Sachen sind auch ähnlich, also gerade so dieser damals noch vorherrschende Bendo, Schuh, also Amsterdam, Paris Style war ja da in München auch noch aktuell, äh, das machen eigentlich alle, sieht zwar super aus, feiere ich nach wie vor heute auch noch und habe ich auch noch viele Einflüsse mit Sicherheit auch noch in meinen heutigen Bildern mit drin, aber damals, äh, habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, okay, äh, willst du jetzt auch genau das machen oder das, willst du nicht, ein bisschen was Eigenes auch bringen, so, oder was entwickeln, das habe ich schon, ohne dass mir das, äh, damals schon gesagt wurde, es wurde später natürlich immer wieder prophezeit, äh, ihr dürft, äh, nichts beiden, ihr müsst immer was Eigenes machen, etc., aber damals habe ich schon so das Gefühl gehabt, ich will das gar nicht so eins zu eins mit diesen, äh, mit diesen ganzen, äh, Bendo-Geschichten und dann habe ich mir halt gedacht, okay, versuchst du mal so ein bisschen rumzuspielen, äh, sah natürlich dann logischerweise schlechter aus, als wenn ich jetzt auf den Zug aufgesprungen wäre und hätte mir die ganzen Styles adaptiert, hatte ich natürlich schon eher, äh, was, eher ein langsamer Prozess, aber für mich persönlich auch jetzt im Nachgang gesehen schon auch wesentlich besser oder wichtiger oder viel interessanter, sich das selber auf die Schippe zu kriegen oder wie kann ich das so ein bisschen für mich gestalten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte jetzt natürlich schon so ein bisschen Einfluss, aber kannte noch niemanden. das erste Mal, wo ich wirklich einen Writer live dann auch kennengelernt habe, war auch wieder in München, 91 müsste das, genau 91 war das, da habe ich dann Sonic von den Subway Rockern kennengelernt, das Subway Rocker, Cowboy 69 und Sonic und ein paar andere und der war am Heimahnenplatz, hat dort ein Bild gemalt und ich kam da halt, wie gesagt, dann auch wieder zum Heimahnenplatz und sie ihn da so malen und dann sieht er so, wie ich ihn beobachte und war halt relativ offen, ja, wer bist du denn? Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe gesagt, ich komme auch gar nicht aus München, ich bin aus Fulda in Hessen, nähe von Frankfurt. Ah ja, und dann war der gleich ganz offen und hat so ein bisschen, ja, was machst du denn hier? und habe ich so ein paar Skizzen dabei gehabt, habe es ihm gezeigt und er hatte Fotos auch mit dabei, haben wir so ein bisschen geschaut und ein bisschen ausgetauscht und da hat mir so ein bisschen Techniken gezeigt, wie wird gefadet und so weiter, also weil er halt glaubt, ich kann so gar nichts, so ein bisschen was, konnte ich schon sprühtechnisch, aber so ganz war ich natürlich nicht up to date, was so die Feintechniken ging, da hat er mir halt quasi so ein bisschen gezeigt und so ein bisschen versucht beizubringen, das war so der erste wirkliche Kontakt, wo ich gesehen habe, okay, das ist jetzt wirklich auch ein Bekanter oder ein guter Mann, der was von dem versteht, was er so gerade macht, ja und der Sonic hat dann auch darüber hinaus dann Kontakt zu mir gehalten, also wir haben die Nummern ausgetauscht, etc., ich habe halt dann über die Jahre dann auch, bin eigentlich auch immer wieder nach München gefahren, also ich bis heute, es ist so ein Ritual von mir, ich bin egal, in welche Stadt ich sonst fahre oder was über die Jahre hinweg sonst noch für Reisen kam, ich habe immer versucht, wenigstens einmal im Jahr oder auch mehrmals dann irgendwie nach München zu fahren, das ist so quasi so eine Art Ritual, so ein Faible von mir, weil das halt so der Auslöser meines Writer-Empfindens war, so quasi die Ursuppe, aus der ich dann quasi so gekommen bin und dann gebe ich mir halt immer auch einmal im Jahr und dementsprechend bin ich natürlich auch da dann Anfang der 90er jedes Jahr hingefahren und habe ihn dann auch immer wieder wieder gesehen oder getroffen und dann dann ja, einen ganz guten Austausch, ist dann aber irgendwann relativ schnell nach ein paar Jahren auch wieder im Sande verlaufen, aber dazu kommt man ja dann oder das ist ja, da war ja dann schon die Entwicklung viel weiter oder das ist jetzt halt so wie es ist. Ja, wie gesagt, ich war dann halt 91 in München, 90 gab es übrigens auch nochmal so eine Art so ein Zwischeneinschnitt, da war nämlich Bomber aus Frankfurt das erste Mal in Fulda, der hat einmal einen Auftrag hier gemacht, aber ein paar Wochen oder Monate später hat er auch über diesen Auftrag, glaube ich, ich weiß nicht, wie er da rankam, hier auch in unserem Museum im Vondau-Museum eine Ausstellung bekommen, der hat auch noch nicht so lange gemalt, war aber sehr weit schon für seine, ja, für seine Dauer oder für seine Karriere und hat im Endeffekt schon richtig geile Bilder gemalt und hat auch schon die erste Ausstellung in Frankfurt, glaube ich, gehabt und ist dann aber durch diese Fulda-Connection dann auch ans Vondau-Museum gekommen und hat sich dann quasi dort so einen Raum hergerichtet und da dann halt auch eine Ausstellung gemacht mit so einem Tschechen zusammen, Merlin heißt der, die zwei, die haben da ziemlich viel unternommen in der Zeit zusammen oder hatten da ziemlich viel miteinander zu tun und haben dann so eine Zweiausstellung, wie gesagt, auf die Beine gestellt und da habe ich aber auch durch Zufall natürlich, weil ich kannte ja niemanden, ich wusste auch gar nicht, es war auch nicht so großartig angekündigt, in der Zeitung vielleicht, aber ich habe es eben überlesen, ich bin da einfach vorbeigelaufen, schaue da so durchs Schaufenster und sehe dann die Leinwände von den Jungs hängen und natürlich, oh, was ist hier los, war aber zu dem Zeitpunkt gerade geschlossen, war wie vormittags oder so, bin dann aber abends nochmal hin, da waren die dann auch da und so habe ich dann quasi den Bombo und den Helge kennengelernt, persönlich und das war so mein erster Kontakt dann auch wirklich dann so ins Rhein-Main-Gebiet so erstmal vom Verständnis her halt. dann habe ich im Prinzip aber trotzdem noch lange gebraucht, um auch jetzt hier regional überhaupt jemanden kennenzulernen, weil man kann sich das ja vorstellen, damals noch keinen Instagram oder sonstige sozialen Medien, du musstest entweder über den Weg rennen, zufälligerweise, oder du musstest jemanden kennen, jemanden kennt und so war es dann quasi auch mit der, mit den ersten Fulda-Writern, die nach mir dann gekommen sind, also ich sozusagen als Erster, so Ende der 80er und dann war aber bis Anfang der 90er jedenfalls noch nicht so viel los, dann habe ich aber so allmählich auch erste Tags und dann auch erste Pieces gesehen, auch so neben meinen Sachen quasi, sind dann plötzlich Bilder aufgetaucht und keiner wusste aber logischerweise vom anderen, wie kann man jetzt in Kontakt kommen und dann habe ich aber, es gibt hier in Fulda so einen bekannten Club oder Kulturzentrum, wie man es jetzt nennen mag, die ein bisschen alternativer sind zu dem normalen Clubgeschehen, die haben immer so ein bisschen auch Alternativmusik gespielt und zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen auch Hip-Hop aus Amerika etc. und da habe ich dann jemanden gesehen, der so mit so einem typischen Oldschool-Kluft daherkam, roter Trainingsanzug, Adidas glaube ich auch sogar, so eine Art Kengel oder Fischerhut-Imitation aufgab, also so richtig rausgeputzt als Oldschooler, das erste Mal, dass ich jemanden, der so gewirkt hat, dann halt hier in Fulda gesehen habe und habe den halt angesprochen, das war Jörg Faulstich hieß der, der hat auch eine Schwester, die Katja Faulstich und die waren beide zu dem Zeitpunkt halt so ein bisschen Skater-mäßig unterwegs und dementsprechend halt auch voll auf Hip-Hop, was halt da in der Skater-Szene zu dem Zeitpunkt auch gerade so der Hype war und da habe ich ihn halt angesprochen, ja und so und so und hat den halt kennengelernt und die waren natürlich interessiert an mir, weil die halt schon irgendwie auch wussten, okay, ich bin halt jetzt derjenige, welche und dann haben irgendwann hat er mir gesagt, ich kenne da übrigens noch einen, der sprüht da auch, den kenne ich von der Schule oder von gemeinsamen Bekannten, genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, der sprüht Creme, also C-R-E-M-E und ich, ach, das habe ich auch gesehen, super, kannst du mir mal einen Kontakt vermitteln, dann haben wir quasi dann uns kennengelernt über den Kontakt und Creme ist quasi dann später bekannter geworden oder PAS, also P-A-E-S und wir haben es natürlich sofort gut verstanden und wussten auch, okay, es passt irgendwie auch mit der Malerei, wir gehen gleich mal an den Start, machen was zusammen, überlegen irgendwie mal auch, was könnten wir alles irgendwie zusammen machen, haben dann auch für volle Verhältnisse relativ früh in die Auftragsarbeiten einsteigen können, da gab es dann noch einen dritten, der Sinner, der war dann auch mit dabei, gab es dann so ein bisschen Auftragsarbeiten, zum Beispiel, kann ich mich erinnern, 94 war die Landesgartenschau schon mal hier in Fulda, die war jetzt letztes Jahr auch noch mal hier, aber jetzt, 94 war die erste Landesgartenschau in Fulda, da haben wir was gemacht, mein erster Auftrag war 92, soweit ich mich erinnere, ich habe da einen Bus bemalt von so einem Reise, Alternativreiseanbieter, der auch so Rucksäcke verkauft hat und quasi Reisen verkauft hat, so eine Art Reisebüro, auf und davon, die haben mich gefragt, weil die mich über das Jugendtreff Fulda kannten, da hatte ich dann auch schon so ein bisschen Kontakt zur Jugendtreffleitung, konnte da so ein bisschen auch Wände halt bemalen dort oder habe dann so Bretter bekommen, so Bretterwände, die ich dann dort bemalt habe, also so kam dann so ein bisschen der Kontakt, dass die Fulda Unternehmerschaft gesehen hat, okay, da gibt es auch tatsächlich Sprüher, da war ja auch zu dem Zeitpunkt bundesweit ziemlicher Hype, was so Aufträge, Sprühaufträge anging, da haben ziemlich viele Aufträge stattgefunden in allen Städten und wir haben da natürlich auch fleißig mitgemacht, unterschiedliche Sachen, ob es ein Sporthaus war oder wie gesagt, so verschiedene Sachen für die Landesgartenschau oder irgendwelche Veranstaltungen, Disco-Besitzer von einem Kaff außerhalb hat so eine Art Ghetto-Party gemacht, also so richtig so ein bisschen Prong-Style, da haben sie dann so so richtige Mülltonnen da so alt hingestellt in die Disco rein oder in diesen Club da und die Wände halt so ein bisschen verkleidet mit so Abbruchhaus mäßig, dass das so ein bisschen wirkt und da sollte man natürlich dann auch so ein kleines Mäuchen, was sie da extra aufgebaut haben aus Kartons, Graffiti mäßig gestalten, also das waren so ein bisschen so die ersten Aufträge in der Zeit und so haben wir, der Paz und ich uns halt quasi so ein bisschen zusammen weiterentwickelt und haben dann quasi auch eine quasi gute Freundschaft entwickelt und er hatte eine Crew mit dem mit dem Sinner zusammen, MGM, da war auch noch Asid mit dabei, also einer von den aufstrebenden ersten zweite Generationen Leuten da in Fulda und die haben mir quasi, haben mich dann quasi irgendwann aufgenommen, haben mir angeboten, ob ich nicht auch zu MGM dazu stoßen will, war dann quasi die erste Connection dann, Crew Connection sozusagen und ja, dann haben wir da dann, ja, 92, 93, 93 so als, als, äh, Milestone, da haben wir jetzt, ähm, zum Beispiel, ähm, mal eine, äh, große Dosen, äh, Kaufkampagne direkt im Werk und ein Sinsheim bei Autokar gemacht, äh, muss ich vorausschicken, der Paz hat da schon, äh, aus Würzburg die GKC-Crew kennengelernt, eben als er da mal war, ähm, in Würzburg zufälligerweise in den dortigen Skateshop oder, äh, gab es einen Laden, äh, da hat er die dann quasi kennengelernt und die haben dem erzählt, okay, äh, es gibt die Möglichkeit direkt ins Werk nach Sinsheim zu fahren und, äh, soviel man möchte Dosen, äh, zu kaufen, Ausschussware zum, zum Sportpreis eine Mark, damals war es ja noch Mark, gab ja noch keinen Euro, zwei Mark oder sowas, je nachdem, konnte es halt nie wissen, war da auch Ausschussware dabei, also irgendwas, äh, wo die Pigmentzahl zu niedrig war oder die halt, äh, gar nicht ging, weil die, äh, weil das Ventil irgendwie verstopft war oder sowas, gab es halt logischerweise auch, aber man muss sagen, größte Teil davon war brauchbar und dann sind wir da runter, also haben quasi Würzburger dann quasi da runtergeschickt, die haben dann einen riesen Bus voller Dosen geholt, wir sind dann, haben uns mit denen getroffen, haben dann quasi, äh, unseren Anteil dann abgekauft und so kamen wir zu etlich vielen Dosen, das war unsere Möglichkeit früher, äh, Farben zu holen, wenn du halt nicht, äh, ja, durch Aufträge noch was übrig hattest, hatten wir zwar auch, aber wir wollten ja mehr als, äh, noch die 20 Dosen, die vom Auftrag übrig waren und dann hast du dir halt so ein bisschen was dazu geholt, äh, über die Wege halt. Ja, und dann, ähm, hab ich halt, ähm, nachdem ich da jetzt, äh, mit den Jungs halt mehr abgehangen habe, äh, dann auch mit denen natürlich zusammen die ersten Touren so in diese Jam-Richtung unternommen, dann hast du ja endlich mal Leute gekannt, ich hab zwar 92 auch meinen ersten richtigen großen Jam-Besuch, äh, auf der Spring-Jam gehabt in Frankfurt, ich weiß gar nicht mehr, woher ich wusste, dass die überhaupt stattfindet, es war wieder irgend so ein Ding über drei Ecken, äh, da bin ich auch allein hingefahren, da kann ich die anderen ja auch gar nicht, aber ich wusste, okay, da ist irgendwie Spring-Jam und, äh, irgendein Flyer, der vielleicht hier bei unserem Skateshop lag, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, auf jeden Fall wusste ich aber auch die Adresse, wo es hinging und, äh, hab das auch recht schnell gefunden und, äh, der Helge, also der Bomber hat es ja schon mal in Podcasts erwähnt, das ging nicht ganz so friedlich ab da, da kamen ja dann irgendwann mal die Berliner, auch richtig mit Bosen, die sie gechartert hatten, also die ganzen, äh, 36-Boys, etc., die ganzen Writer, haben natürlich die ganzen Gangbanger mit am Start gehabt und dann sind die da mit 100, 150 Leuten oder was weiß ich, äh, da einmarschiert, haben dann da die Kase übernommen, haben die, äh, die Leute da abgezogen, es war natürlich richtig Action und davon habe ich null mitbekommen, weil ich natürlich enthusiastisch wie ich war die ganze Zeit drinne, ich war ja schon dann drinne, es war ja meistens im Vorraum oder im Vorbereich, wo die ganzen Schlägereien und der ganze Trouble war und ich da drinne so schön, äh, überhaupt nichts davon mitbekommen, das nur so am Rande, also das war so meine erste Jam, äh, Geschichte und dann halt, ähm, 93, 94 gab es ja immer mehr Jams dann, bundesweit auch, wir sind nach Köln gefahren, wir sind nach, äh, äh, wo waren wir denn noch alles, natürlich in Frankfurt nochmal die Spring Jam, die zweite, 94, wir sind, äh, nach Würzburg auf die Oster Jam, äh, nach Kassel, in Kassel waren wir häufig, da waren immer so kleinere Veranstaltungen auch, aber dadurch haben wir auch die Kasseler kennengelernt, äh, zum Beispiel, äh, Beo damals, der dann jemand Post gemalt hat, das war so, ist so der Oldschooler aus Kassel, äh, dürfte in Kasseler ein Begriff sein, den haben wir da kennengelernt, ich hab dort die Gießener kennengelernt, also die Oldschooler, Hate und Skid und, äh, und Kater, also die ganzen alten Leute, und so haben wir unsere Kreise weitergezogen und haben natürlich immer mehr auch, wie gesagt, überregional dann auch unsere Kontakte geknüpft, ja, und dann sind wir irgendwann, äh, dann, äh, auf die Idee gekommen, ja, Jam hin und her fahren, schön und gut, warum machen wir denn nicht mal eine eigene hier in Fulda, das war halt, wie gesagt, 4,8, äh, 4,90, Entschuldigung, gerade so die, die, äh, Hochzeit der, der deutschen Jams, aber wir sind da natürlich völlig naiv an die Sache rangegangen, wir wussten ja gar nicht, so Vertriebswege, wie können wir überhaupt Werbung schalten, äh, können wir irgendwo in Zeitungen überregional vielleicht irgendwas schalten, äh, wir hatten dann, äh, durch die Jugendtreff-Connection, also der Jugendtreff-Leiter war da sehr affin, der hat uns da, äh, ziemlich weiter geholfen, hat halt auch gewusst, okay, die stellen was auf die Beine und, äh, da können wir vielleicht mit der Stadt Fulda, das Jugendtreff ist ja an die Stadt Fulda angegliedert, können da ja vielleicht irgendwie, äh, Gelder locker machen, nochmal für mehr Werbeetat und so weiter und so fort, Sponsoring, haben wir einen Start gebracht, haben halt, äh, Läden abgeklappert, die das Ganze mitfinanziert haben und sowas, also das lief ganz gut und über diese, äh, den Leiter vom Jugendtreff, der kannte halt auch in anderen Städten so diese ganzen, äh, Werbevertriebler, die halt quasi dort dann auch zum Beispiel Plakate verteilt haben oder Flyer, die dort die Zentren kannten, dass man zum Beispiel in der Batschkapp nochmal Flyer ausgelegt hat, weil der kannte einen aus Frankfurt oder in Hamburg oder so weiter und so hatten wir uns überlegt, okay, da könnten wir ja vielleicht, äh, drucken wir mal Plakate und mal einen Flyer und, äh, flassen damit dann irgendwie so weit es geht dann die, die Gegend, aber nichtsdestotrotz war alle Werbung nicht so zielführend, dass genügend Leute kommen, während Fulda war so oder so noch, äh, tote Hose, was eine Szene anging, also das waren quasi ja nur wir und halt die paar Konsumenten, die halt Hip-Hop gehört haben zu dem damaligen Zeitpunkt schon und da waren vielleicht in der, wir haben ja schon damals in dem alten Jugendzentrum eine große Halle gehabt, das hätte man eigentlich abtrennen müssen, ging aber damals bautechnisch nicht oder dass man einen Vorhang hätte ziehen können, das war halt eine Riesenhalle und wir waren vielleicht 100 Leute so insgesamt und davon die Hälfte noch, äh, Aktivisten sozusagen, also es war jetzt, äh, war eine geile Stimmung, also die Leute haben schon irgendwie auch Bock gehabt oder es war aber wirklich auch gut, äh, organisiert und gelungen, das Ganze, aber eigentlich nicht, äh, nicht wirklich erfolgreich im Sinne von, das war jetzt hier eine super Sause. Dann haben wir natürlich irgendwann, waren wir so ein bisschen frustriert, hatten aber das Glück, dass wir zwar, einen Haufen Ausgaben hatten, aber, äh, die Einnahmen haben ja dementsprechend logischerweise gefehlt, aber die Stadt Fulda das ja dann auf ihre Kappe genommen hat, die konnten das dann quasi über irgendwelche Etats ausgleichen, die mussten so ein, so irgendein Budget nochmal verbraten, dann haben sie gesagt, okay, das Minus können wir irgendwie damit verrechnen und dann war das jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht mit unserem persönlichen, äh, Geld da irgendwie gerade stehen, äh, die, äh, diese Ausfälle da zu bezahlen, das war halt schon ein Vorteil und das hat mich zum Beispiel auch dazu bewogen, es dann nochmal, insgesamt sogar viermal, aber dann auch mit größerem Erfolg, äh, weiter zu probieren, immer im Zwo-Jahres-Rhythmus, also 96 habe ich dann nochmal, äh, Bio-Culture-Jam habe ich die genannt, also das ist mein Baby sozusagen, eine Bio-Culture-Jam gemacht, die zwei, die dritte war dann 98 und die, äh, äh, vierte wollte ich zwar 2000 machen, aber da ist mein Sohn auf die Welt gekommen und da hatte ich überhaupt keine Zeit, weil man kann sich das vorstellen, wer immer ein Jam-World überhaupt irgendwas organisiert hat, eine Veranstaltung, weiß, was das für ein Aufriss ist und, äh, da hatte ich überhaupt keine Zeit, da, äh, in dem, in dem Rahmen da irgendwie was Größeres auf die Beine zu stellen und was Kleines wollte ich eigentlich auch nicht, äh, und da habe ich dann gesagt, okay, äh, da wartest du noch, bis es halt geht und dann, ja, später, 2001 war es dann halt so weit, habe ich dann die vierte, aber dann auch letzte gemacht, danach hatte ich dann aus verschiedenen Gründen, weil es halt schon irgendwie auch geil war und auch was, äh, war ein bisschen auch, äh, mit einem Plus rausgegangen, aber irgendwie, äh, war das Ding dann auch gelutscht, ich wusste, okay, äh, das ist nicht was, was ich jetzt irgendwie über, ja, Jahrzehnte weitermachen werde, alle Jahre Jams, äh, organisieren, aber es war eine schöne Zeit, es waren auch coole Veranstaltungen, also wir hatten da Leute, äh, also 94, ähm, ja, hatten wir den da, das war, äh, äh, Phase 5, das wird glaube ich kaum noch jemandem was sagen, äh, da ist zum Beispiel Alexey, so ein Pop-Rapper, mal daraus hervorgegangen, äh, dann, äh, wer es aber bekannt ist, so Stadt Allendorf, die ganzen Rapper, also Victims of Choice, die waren da, die hatte ich geholt, die hatte ich da auch schon kennengelernt, auf den anderen Jams, äh, dann Leute aus Kassel natürlich, äh, äh, Graffiti-Technisch, vielleicht SICK aus Frankfurt erwähnenswert, und, äh, ÄHERS, äh, die zur Frankfurter, die GKC-Leute halt aus, äh, aus Würzburg, wir haben dazu extra eine, so eine, äh, also keine richtige Unterführung, im Sinne von, da geht es jetzt hier, äh, 100 Meter lang, sondern so eine kleine, so eine, quasi so eine, äh, von der Bundesstraße, die, 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 die Widerlage von der, von der Bundesstraße als Unterführung, also quasi 30 Meter lang, auf beiden Seiten, äh, die hatten wir uns genehmigen lassen, äh, da mussten wir extra sogar noch das Land Hessen, äh, weil das war ja, wie gesagt, eine Bundesstraße, aber das Land Hessen hat die verwaltet, das heißt, wir mussten über die gehen, weil die Stadt da keinen Einfluss hat, und, wie gesagt, diesen Aufriss, so, so eine Jam zu organisieren, teilweise, und irgendwann hast du da, wie gesagt, nicht mehr so viel Bock drauf, 98 hatten wir die massiven Töne da, das war ja so der Peak der Deutschrap, äh, des Deutschrap Hypes, und das ging halt richtig gut ab, äh, 2001 hatte ich dann eher AG am Start, äh, und da, das war auch die, wie gesagt, die beste und erfolgreichste, und, äh, alle sagen, da ging es richtig ab, da waren auch wirklich tausend von Leuten da, und so, also das hat schon richtig Spaß gemacht, das war dann eine andere Hausnummer als 490, dann im Prinzip. Jo, äh, gehen wir mal einen kleinen Sprung zurück, weil, äh, wir sind jetzt, äh, wir waren ja quasi noch so 94 Jam-Besuche, und, ähm, äh, kam dann so diese Marburg-Fulder-Connection zustande, da sind wir, der Paar und ich, äh, nach Marburg gefahren, weil ein guter Freund von uns, äh, hatte da einen schweren Unfall gehabt, und der ist dann quasi ins Uniklinium nach Marburg gekommen, und da haben wir den besucht, und nach dem Besuch sind wir dann quasi, wussten wir, okay, da gibt es eine Hall, die kann ich auch schon vorher vom Hören sagen, da gehen wir doch einfach mal hin, und gucken uns mal an, was da gerade so abgeht, und, äh, sehen wir da den Bond stehen, gerade Bild malen, haben wir den kennengelernt, ah, cool, und so weiter, und der, äh, kannte uns irgendwie so auch so ein bisschen, äh, von verschiedenen Sachen halt, äh, hat er schon den Namen, MGM, kannte er logischerweise dementsprechend schon, hat aber, äh, äh, ja, erst mal so ein bisschen reserviert gewirkt, und erst mal gucken, wer sind die, und so weiter, also, war so ein bisschen erst mal antasten, und, und herannähern an, aneinander, aber irgendwann, äh, haben wir gemerkt, okay, wir wandern auf derselben Wellenlänge, und, äh, wollen noch mehr zusammen machen, er war ja definitiv auch schon qualitativ, in frühen Jahren ziemlich hoch unterwegs, ja, und dann haben wir uns dann quasi so zusammengerauft, und er hatte irgendwie schon mit so ein paar anderen Marburgern, oder aus seinem Freundeskreis da, oder aus seinem Bekanntenkreis, genau, weiß ich aber nicht, wer dazu gehört hat, zu dem Zeitpunkt, äh, eine eigene Crew am Start, die 3EM-Crew, und, äh, hat uns dann in, äh, Pasel und mich dann auch mit reingenommen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, und dann sind wir quasi, äh, so, ja, die nächsten Jahre, 95, 96, äh, auch teilweise überall nach Wiesbaden mal gefahren, da haben wir dann den, äh, den seit 72 kennengelernt, den hat ja der Beton, äh, in seinem Podcast schon erwähnt, als, als große Inspirationsquelle, etc., den kannten wir dann da, äh, haben dann, wie gesagt, überall dann unsere Fühler ausgestreckt, äh, unsere Sachen gemacht, äh, geschaut, wo geht was, und wo kann man was machen, und, äh, ja, irgendwann, äh, lernt es halt dann so diese ganzen Grundleute aus den ganzen jeweiligen Gegenden kennen, wir haben dann irgendwie, äh, war das 96 oder 97, äh, hab ich dann Daim kennengelernt, da war ich zufälligerweise in Wetzlar, äh, war ich mit den Wetzlarn da, äh, mit denen ich da, die ich da schon kannte, über die Giesener, äh, da irgendwie, äh, connected hatte, und dann, äh, steht da plötzlich auch Bomber wieder, weil der da gerade, äh, äh, und der hatte Daim aus Hamburg mitgebracht, und so hab ich dann Daim kennengelernt, und so geht das halt immer weiter, in München mittlerweile, ich hab ja gesagt, jedes Jahr München, und dann, äh, lernst du natürlich auch die wichtigen Leute irgendwann kennen, oder machst dann auch was mit denen zusammen, also irgendwann hatte ich dann, äh, so Flynn und Pace, und so weiter, äh, dann, äh, Zedrock, äh, Münchner Legende halt, also einer der ersten, die in München überhaupt gemalt haben, äh, Lumet, dann irgendwann kennengelernt, und so weiter, und so fort, also peu a peu, baut man so seinen Bekannten- und Freundeskreis auf, oder man kennt dann so die ganzen Leute überall her, ja, und 96, äh, hat man dann auch, ähm, die erste gemeinsame Ausstellung, da war aber der Bond nicht mehr dabei, äh, das hat, äh, der Pace und ich quasi in Fulda, das war in der Galerie Eismaschine, so ein, so ein Underground-Ding eher, also nichts Normales, jetzt irgendwie, äh, so Mainstream-Galerie, sondern eher so eine Underground-Galerie, die wollten so ein bisschen experimentell, äh, auch mit den eigenen Sachen, so Skulpturen, die sie da gemacht haben, unterwegs sein, der eine ist dann auch, äh, nach Prag gegangen, der andere nach Berlin, 97, 98, aber zu dem Zeitpunkt, 96, hatten sie dieses Ding halt noch, die hatten uns halt angefragt, äh, haben uns irgendwie, äh, wahrscheinlich über das Jugendtreff, haben gemerkt, okay, hier geht was, und, äh, wollten die kennenlernen, die Leute, die das machen, haben dann dort angefragt, ja, stell uns mal in Kontakt her, und dann sind wir da hingegangen, und, ja, geil, und, äh, könnt ihr eine Leinwand-Ausstellung machen, und, ja, klar, kein Problem, also zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt noch nicht so viel Leinwände eigentlich, in dem Sinne gemacht, nach wie vor, ist Leinwand auch nicht so ganz mein Medium, ich mach zwar welche, aber, äh, nicht so, dass ich sagen könnte, okay, das ist jetzt nur parallel zu meinen Wänden, oder zu meinem sonstigen, äh, tun, meinen sonstigen, äh, Aktionen, sondern da habe ich, äh, halt ein paar Leinwände da zusammengekloppt, und, äh, Paas hat noch seine damalige Freundin, äh, die Squaw aus Hannover, die halt auch gemalt hat, noch an den Start gebracht, und der Asit halt, von der MGM-Crew, und wir haben dann quasi so eine Gruppenausstellung, in dem, äh, in der Eismaschine dann dort gemacht, und dann kam 96 auch die Überlegung, äh, Paas hatte keine Zeit, weil er da mit der, äh, mit seiner Schreinerausbildung angefangen hat, er ist jetzt mittlerweile Architekt, und, äh, hat da aber, wie, ganz normale Ausbildung als Schreiner, dann da ins Studium rein gefunden, und deswegen hat er da keine Zeit gehabt, aber, äh, Bond wollte auch schon die ganze Zeit, und ich logischerweise nach New York, haben uns überlegt, ja, hm, wie machen wir das, und sind da auch völlig naiv ran gegangen, wir hatten ja logischerweise auch keine Connection, die jetzt irgendwie Connection herstellen hätte können, zwar hätte Lumet vielleicht, äh, der kannte ja die ganze New Yorker in dem Zeitraum logischerweise auch schon, aber der war da so ein bisschen spröde, die lassen ihre Adressen, oder ihre, äh, ihre Bekannten, ihre Connections ja näher so ein bisschen elitär unter sich, und dann wollen die da irgendwie so, New Yorker kann man da nicht so ganz ran lasen und so, also alles so ein bisschen schwierig, und dann sind wir halt auf gut Glück hingefahren, es wird schon irgendwas klar gehen, da müssen wir einfach mal rumlaufen, Zepster hat es auch gemacht, der ist ja auch in der ganzen Welt rumgefahren, äh, damals in den 80ern schon in Europa, und hat dann vor Ort meistens Leute kennengelernt, weil, weil die Fettleses an hatten oder so, also im Endeffekt wird schon irgendwas klar gehen, und dann sind wir da rüber geflogen, äh, der, äh, Bond hatte noch irgendwie, glaube ich, über eine, entweder seine Schwester oder eine Bekannte, äh, kannte der sogar noch, äh, irgendjemand, der in New York wohnt, und dann haben wir dort gefragt, ob der ja vielleicht eine Unterkunft hat, er selber nicht, aber er kennt auch wieder einen, und da haben wir die ersten, äh, Tage gepennt, in so einem kleinen Kabuff, so richtig, äh, abgefuckt halt, weil New York, da kannst du dir halt, selbst als Deutscher, das war ein deutscher Auswanderer, äh, äh, kannst dir ja natürlich keine großen Sprünge leisten, wenn du ein ganz normaler, arbeitender Bürger da drüben bist, also hatten wir so eine kleine Zelle, die als Schlafstätte umfunktioniert war, sind wir, glaube ich, zwei oder drei Tage maximal geblieben, haben uns da aber auch schon umgeschaut, und haben quasi geguckt, gibt es hier eine billige Absteige, oder irgendein Hotel, oder sowas, Hostel, äh, und haben dann was recht günstiges gefunden, äh, Banana Bungalow hieß das damals, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, äh, und sind dann quasi rübergewechselt dahin, das war so ein Hostel, und da sind wir dann quasi, äh, da abgestiegen, und da haben wir dann, ähm, ganz witzig, da waren Schweizer in der Zeit dort untergebracht, die haben wir zufälligerweise dort auf, die haben so eine Dachterrasse, da haben wir dann nur abends gefeiert, oder haben uns dann irgendwie locker gemacht, und auf dieser Dachterrasse war ein Bild von, äh, von Fear und Fog, von der EMA-Crew, die waren wohl auch in dem Banana Bungalow, es scheint so eine Adresse gewesen zu sein, zu dem Zeitpunkt, äh, für, für Ryder, und wie gesagt, die Schweizer waren da, ja, und dann sind wir so ein bisschen rumgefahren, haben halt unsere Sachen gemacht, und dann haben wir unser erstes Bild New York gemalt, und haben dann, ähm, auch wieder durch Zufall, so wie ich mit dem Heimeranplatz damals, äh, das Five Points entdeckt, das lag ja so an der, äh, Seven Line, also vom, vom Seven Train, von der Linie 7, wenn du da aus dem Tunnel rauskommst, nach Queens reinfährst, äh, ist dieser Komplex ja direkt vorne an, an dieser, an der Kurve gewesen, das heißt, du konntest sofort sehen, das ist jetzt nicht einfach nur gebombt, oder, sondern das scheint ja wirklich was, äh, zu gehen, das hieß aber damals noch gar nicht, äh, äh, Five Points, sondern es hieß noch Fun Factory, dann sind wir dahin, und der, äh, Kurator, sag ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, also der, der das Ganze so ein bisschen beaufsichtigt hat, oder die Wände eingeteilt hat, er war so ein bisschen, ja, so ein bisschen schmieriger Typ, der hat auch, äh, weiß nicht, die Gerüchte gingen rum, hat er selber nie, äh, wirklich zugegeben, aber es hieß, dass der auch irgendwie mit dem Wendell Squad zusammengearbeitet, oder dass es sogar ein Ex-Wendell Squad Bulle war, oder so, auf jeden Fall hat der aber trotzdem irgendwie Bock auf Graffiti gehabt, und hat sich gesagt, altes Fabrikgelände wird, wird auch noch genutzt zwar, aber die Außenwände, äh, da können jetzt irgendwie die New Yorker Sprüher legal nach Anmeldung halt, können sie zu mir kommen und dann können sie da malen, und das ist auch wahrgenommen worden, also die ganzen, die sind da hin gekommen, da haben wir die ganzen Oldschool-Bilder von Blade gesehen, äh, Sefer hab ich dort gesehen, äh, äh, Checker, also die ganzen alten Leute aus den 70ern noch, sind da immer wieder hin gekommen, und da war dann auch einer rumgelaufen, äh, Ink 76, von der Original-BED-Crew, da muss ich jetzt einhaken, BED, wird viel natürlich erstmal in Sinn kommen, äh, Berlin halt, äh, bis Action Drive, aber, äh, ich rede jetzt hier von der Original-BED-Crew, äh, Boys Are Down, Oldschool-Crew aus, äh, aus New York eben, Brooklyn, äh, der bekannteste von denen, oder der beste Freund vom, vom Ink ist der Sonic, also der ist definitiv, dürfte bekannt sein, der ist der einzige, hab ich mal später festgestellt, der in allen vier Publikationen, äh, die es damals so gab, äh, in der Anfangszeit, äh, vertreten ist, also er war in Wildstyle, der war in Style Wars, der war in Beat Street, und er war im, hat auch im Subway Art, äh, äh, und den Ink, also seinen Kumpel, den haben wir da halt wie gesagt gesehen, und wir fanden uns gleich, ach, Germany, und, äh, und alle Armys haben natürlich, äh, die haben mindestens ein Cousin, oder waren mal dort, äh, stationiert, also Germany ist immer, äh, top bei den Armys, und dann halt, ja, kommt mal mit, wir gehen malen, und so weiter, und da hatten wir diese Connection, und sind dann mit dem dann auch nach Brooklyn, und haben dann dort mit dem, äh, nachts noch eine Wand gemalt, äh, also eine offizielle, von ihm halt, äh, angefragte Wand, so richtig schön groß, und dann, äh, ist die ganze Zeit ein Eiswagen da rumgefahren, wir hätten den Wald da rausgeholt, äh, den Typen, weil das Gedudel geht einem dann irgendwann auf den Nerv, außer halt eine recht coole Zeit, das war dann unser erster New York Aufenthalt, und das war natürlich, äh, grund genug, ein Jahr später wieder hinzufahren, diesmal hatten wir aber unseren, äh, Kumpel Zock, äh, im, im Schlepptau, und der, äh, ja, war natürlich dann auch geflasht, äh, was geht hier ab und so, wir haben dann halt uns halt so ein bisschen umgeschaut, äh, äh, und Inga hatte irgendwie auch nicht so viel Bock in dem Jahr, oder hat jetzt nicht so viel, äh, ja, so viel Antrieb gehabt, so, das heißt, wir mussten wieder gucken, so ein bisschen alleine, und da haben wir auch wieder, sind natürlich logischerweise auch mal zu diesem, äh, Fun Factory, schrägstrich Five Points gegangen, sind dann, äh, da hin und stand auch einer, hat da gemalt, und der hat sich Torch genannt, also wieder die riesige Torch, also quasi der Original Torch vielleicht, wenn man so will, und der auch so, ja, so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, und, ja, ich mal zwar hier ein Bild, aber bin ich immer so richtig aktiv, und hin und her, aber er kennt einen, der so, äh, gut beieinander, der, Pove, Pove One, okay, hat uns jetzt vom Namen her erstmal nicht so viel gesagt, äh, und der könnte auch in Kontakt her, herstellen, oder, wird den quasi mal anrufen, und mit mal fragen, ob der Bock hat, uns mal irgendwie kennenzulernen, und so war es dann auch, okay, haben wir uns dann irgendwie getroffen, der ist, äh, Pove One ist, ähm, Mitglied der MPC Crew, also, kennt mich ja Cap, aus dem Style Wars Film, äh, und der, ist quasi, MPC heißt der Morris Park Crew, der wohnte ja quasi da, in der Nähe von Morris Park zu dem Zeitpunkt, da haben wir uns halt auch getroffen, Morris Park ja eine geschichtlich wichtige Location für, für, für Writing, äh, da ist ziemlich viel passiert, so an Whole Cars, was man so alles kennt, äh, Scene hat viele Whole Cars gemacht dort, und so weiter, das ist quasi schon ein geschichtsträchtiger Ort, und da haben wir uns quasi getroffen, und haben uns auch super verstanden, und mit dem haben wir halt auch zusammen gemalt dort vor Ort, und, äh, und, äh, und, äh, das war so die nächste Connection, und seine eigene Crew, die GU Crew, quasi so ein Untercrew von MPC sozusagen, äh, da hat er uns dann halt auch reingenommen, und, äh, und, äh, äh, und, äh, da waren wir an dem Zeitpunkt dann mit ihm, mit ihm halt connected, und, äh, und, äh, und, äh, als wir zurückgekommen sind, natürlich, äh, aufgeladen mit neuer Energie, ging es halt hier dann, äh, auch ganz gut weiter, haben wir hier dann natürlich auch unsere Malaktivitäten verstärkt, äh, haben wir uns schon ziemlich was ins Rennen geschickt, in dem Zeitraum auch, aber im Endeffekt, äh, ja, hat sich dann, wie es immer so ist, auch wieder alles so ein bisschen auseinanderdividiert, der, äh, Pass hat dann irgendwann durchs Studium, äh, halt aufgehört zu malen, weil es halt auch zu viel war, und, äh, ist dann da so ein bisschen, äh, noch nicht mal beabsichtigt, dass er gesagt hat, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, aber er hat halt gesagt, okay, äh, ich habe jetzt meine Prioritäten woanders, Architekturstudium ist kein Pappenstil, ich muss definitiv, äh, woanders Prioritäten setzen, und dann hat er sich so langsam aus dem Game-Manage, äh, verabschiedet, mit Bond war es dann so ähnlich, der hat auch zum Ende der 90er hin dann, äh, andere Prioritäten gesetzt, hat sich anders orientiert, hat leider, wie ich sage, so damals, wie ihr seine Bilder von damals kennt, so überragend, sehr weit vorne halt, so vom Styleverständnis, äh, Sauberkeit und so weiter, war natürlich unerreicht, äh, da haben ja viele beneidet drum, aber, gut, wie es halt so ist, die Leute hören auf, äh, Post aus Kassel hat dann, äh, Kunststudium angefangen, hat halt selber, äh, mehr in die Kunstschiene gefahren, ist halt vom Writing weggekommen, auch schade drum, aber, wie, wie, ich meine, ich, äh, ich bin auch keiner, der sagt, die Leute müssen jetzt immer dabei bleiben, wenn, äh, es bringt ja nichts, sich da hinzuquälen, nur um irgendwelchen Leuten gefallen zu tun, oder sowas, wir haben schon ab und zu, dann im Laufe der, äh, des nächsten Jahrtausends noch mal ein paar Wände zusammen gemacht, so, Crewmeeting halt noch mal, alle zehn Jahre, so nach dem Motto, trifft man sich noch mal, macht noch mal ein Wändchen zusammen, äh, dann bringen die auch ihre Sachen auch gut rüber, aber, äh, aber dieses Regelmäßige war bei denen halt weg, aber im Gegensatz zu mir, ich bin natürlich dabei geblieben, hab dann, äh, wie gesagt, äh, 98 dann so, war so der, der Peak, was so diese Hip-Hop, äh, Geschichte anging, äh, so bei uns in Fulda halt auch, äh, da kamen dann auch immer mehr, äh, Rapper, so, was weiß ich, Massilo Faustig, der DJ Kress, ich hab übrigens in dem Zeitraum, äh, 98, äh, interessanterweise auch das erste Mal meine jetzige Freundin, lebensgefährlich kennengelernde, Julia, hat sich dann aber auch wieder, äh, aus den Augen verloren, weil sie dann nach Darmstadt zum Studium gegangen ist und so, aber lustig, dass man sich dann quasi da schon und dann, Jahre später, äh, ist ja auch wieder eine andere Geschichte, jo, ähm, 99 bin ich dann, äh, alleine nach New York, das war, wie gesagt, ich wusste ja schon, dass ich Vater werde, 99 und hab, äh, dann überlegt, jetzt noch mal kurz, viertel Jahr ungefähr, bevor es dann soweit sein sollte, mich noch mal richtig einen raushauen, bin dann allein hin, weil die anderen alle, äh, keine Zeit hatten und hab dann da einen Monat, äh, verbracht und hab dann dort mal so ein bisschen allein rumgeguckt, hab halt Prof auch wieder getroffen, äh, mit dem so ein bisschen was gemacht, ink auch und so weiter, äh, dann hab ich, äh, aber auf eigene Faust auch, weil ich es von damals auch schon, äh, kannte von den anderen in Deutschland, dass die Diamond, Lumen und so weiter, diese Großproduktionen am Start hatten, so in der Bronx, die haben ja dann, äh, zusammen mit, mit der FX-Crew, dann da eine Großwand, äh, nach der anderen auf die Beine gestellt, die ganzen, äh, deutschen Trainwriters sind da hingefahren und so weiter, es war schon ganz gut was los, was Deutschland anging, ich hab halt auch gedacht, okay, so Wände, wenn die das organisieren können, mach's da auch, dann bin ich halt in der Bronx rumgelaufen, hab halt so, versucht halt, Wände klar zu machen, war eigentlich schwieriger, wie gedacht, weil zu dem Zeitpunkt war noch der Giuliani mit seiner Zero-Tolerance-Politik, äh, also bloß nichts mit Graffiti und so weiter und Hausbesitzer wurden angehalten, alles gleich zu putzen und da wird auch ziemlich viel gebufft und so weiter, es war schon recht schwierig, äh, Häuslebesitzer zu finden, die einem eine Genehmigung geben würden, so, und, die Bullen waren zu dem Zeitpunkt auch noch ziemlich stressig, die haben jeden immer schön durchgefilzt, es war nicht gerade gemütlich da, trotzdem hab ich, äh, drei oder vier Wändchen klar gemacht, äh, an der Bahnstrecke entlang, wo es schön gesehen wird, etc., und da war in Brooklyn dann mit Ink noch mal gemalt und so weiter, also war dann so meine, erst mal vorerst letzte New York-Reise, weil danach hab ich auch da keinen großen Bock mehr gehabt, vor allen Dingen dann nach, äh, 9-11, 2011, was übrigens drei, äh, vier Tage, äh, vor meiner, letzten Bio-Culture-Jam war, also man kann sich vorstellen, äh, Dienstag war das ja vom Tag, äh, vom, äh, wochentag her, als die Flugzeuge da ins, äh, ins World Trade Center sind und am Samstag danach hätte meine Jam stattfinden sollen, da war natürlich keinem zu feiern zumute und ich natürlich schon so, erst mal drei Level down, ja super, das ganze Ding geht in die Hose, wird erstens mal logischerweise keiner kommen, wir sagen es am besten gleich ab, ich hab's aber durchgezogen, hab gedacht, wir haben jetzt, alle sind bestellt, alle sind schon da, ich wollte, ähm, die Claim aus, äh, aus, äh, Las Vegas, so Umfeld, äh, Asenist und, äh, also die, äh, und Far Side und so weiter, glaube ich damals noch, äh, als Rapper haben, der war gerade in Deutschland, äh, der konnte aber, also ich dachte, er wäre in Deutschland, aber der konnte nicht kommen, also diese ganze Deutschland-Tour von ihm wurde abgesagt, weil eben 9-11, keine Ausreise mehr, aber wer da war, war Grand Agent, ein Kumpel von ihm, der war eh gerade in Deutschland, ist eher halt quasi, äh, als, äh, als Ersatz sozusagen eingesprungen, zusammen mit RAG, äh, und ich hab gesagt, komm, das ziehen wir jetzt irgendwie, äh, die erste war schon Reihenfall, damit es die zweite, und trotzdem, jetzt eben hier überall Depri-Stimmung war, und zwar nur 4 Tage nach, nach den Anschlägen, äh, kamen echt, wie gesagt, 1500 oder wie viel, oder 2000 Leute, also war richtig gut Stimmung da, und die Leute haben sich wirklich gedacht, hier, wir wollen dagegen antanzen, oder dagegen anfeiern, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen, das war ja diese Trotz-Reaktion, auch, wir lassen uns jetzt hier nicht, von Al-Qaida bestimmen, wie wir zu leben haben, und haben sie erst recht, äh, durchgedreht, das war deswegen auch wirklich so, die geilsten Schämen, kann man sagen, ja, und dann, äh, im Prinzip geht's dann immer so weiter, also im Endeffekt, äh, hab ich dann, äh, als mein Sohn ja immer größer wurde, dann, äh, hast du immer mehr Freiheiten, dann auch wieder Sachen zu machen, du fährst halt immer mehr rum, durch die Bekanntschaften, die du eh schon seit Jahren pflegst, lernst auch wieder neue Leute kennen, also ich kenne eine ganze Latte von, von Leuten in jeder Stadt, äh, hab dann irgendwann, auch ganz, äh, ja, ganz Europa dann irgendwann mal abklappert, also nicht ganz Europa, aber zumindest die wichtigsten Städte, Amsterdam, da hab ich auch leider nicht malen können, ist ein bisschen in die Hose gegangen, äh, Paris, London war ich, äh, 2016, äh, hab da mit Kilo von der FBA-Crew aus New York gemalt, und, äh, ja, wie gesagt, äh, und, wie gesagt, wo ich ja überall dann rumgesprungen bin, das war dann schon, äh, noch einiges, was da so passiert ist, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen, zu jedem Punkt, glaube ich, nochmal einen, äh, eine Anekdote dazu zu erzählen, ja. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein enormer Input, sehr ausführlich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll, ich würde nochmal, äh, an den Anfang gehen, ähm, da ist ja schon relativ viel aus Zufällen passiert, ne, also wenn man das aus heutiger Sicht sieht, wenn irgendwas im Fernsehen läuft oder im Internet, dann ist das, jederzeit verfügbar in Mediatheken oder so, und wenn du halt berichtest, dass, äh, dann ein, äh, Fernsehprogramm zu einer bestimmten Uhrzeit was gelaufen ist, was dich dann auch inspiriert hat, dann ist das ja schon ein Zufall, weil hättest du es nicht in diesem Moment irgendwie gesehen, dann wäre vielleicht irgendwas anders gelaufen, oder auch die Leute, die du kennengelernt hast, ne, du hast ja angesprochen, ähm, dass es damals enorm schwer war, irgendwie Leute zu finden oder Leute kennenzulernen und, äh, viele berichten ja aus der Zeit immer, dass es über das Äußere dann nur noch ging, also, dass man irgendwie in der Stadt oder auf einer Veranstaltung irgendwie dann jemanden an Klamotten oder Schuhen erkannt hat, das ist ja auch, auch eine krasse Sache, die es heutzutage nicht mehr gibt, und dann wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du die Zeit erlebt hast, wo du mit niemandem connected warst, aber trotzdem halt, ähm, hungrig warst, irgendwie mehr zu machen, du hast nämlich irgendwie gesagt, Ende der 80er, äh, kanntest du niemand und hast so deine ersten Gehversuche gehabt und dann erst Anfang der 90er hast du wirklich Leute kennengelernt, die deine Leidenschaft teilen und das sind ja ein paar Jahre, wo du quasi alleine dich damit beschäftigt hast, wie war das für dich, dass du dich nicht so austauschen konntest oder irgendwie so keine Begleitperson hattest? Ja, also es war schon, äh, recht strange logischerweise, äh, ich hatte ja vorhin schon mal anklicken lassen, dass ich im Prinzip ja, äh, dadurch auch so diesen Antrieb hatte, nicht auf das aufzuspringen, was andere dann schon später mir vorgegeben haben oder dieses, äh, Bando-Ding, was ich ja erzählt habe, also es war auch so ein freies Ding, ich wusste zwar, okay, ich mach's jetzt eigentlich nur für mich alleine oder, ähm, für wen auch immer, äh, aber im Endeffekt, äh, hab ich da Bock drauf, aber ich hatte natürlich die Freiheit, in Anführungsstrichen, mir auch dann meine eigene Philosophie oder meinen eigenen, äh, auch Werdegang und Stil, äh, und so weiter auch zurechtzulegen, also ich war nicht abhängig davon, was mir irgendwelche, äh, von außen irgendwie aufgedrückt haben, die Einflüsse kamen ja so oder so, also ich, äh, ich, äh, zum Beispiel, ein großer Einfluss war schon, äh, seit Anfang der 90er, äh, Frankfurt über die ganzen Kisten, die hier hergefahren sind, also man kriegt natürlich logischerweise schon irgendwann mit, was in Frankfurt irgendwie passiert, wenn du dann, äh, die ganzen, äh, äh, Zinke oder halt später Chapsys-Sachen dann siehst, die dann irgendwie kamen, äh, die die ganzen Kray-Sachen und so weiter, also diese ganzen Anfänger-Geschichten, die, die DBL hat sich da in Frankfurt langsam gegründet, äh, mit, mit Kissen und so weiter, Mii, und da ist natürlich ziemlich, ziemlich viel auf den Stahlern, also es gab ja damals noch, äh, ziemlich gute Stahler-Austauschkultur, dass die dann da unten irgendwie nach Koblenz gefahren sind, dann wurden sie wieder hierher getauscht, dann sind die dann, äh, teilweise bis ins Ruhrgebiet rübergefahren, es gab ja quasi so eine Art Zirkulation, da hast du auch teilweise so angesehen, aus Heidelberg zum Beispiel, dieser berühmt-berüchtigte Cane-Zug, den jeder so auf dem Schirm hat, dieser orange mit roten Outlines, was immer so, dieses, dieses typische Cane-Bild, äh, der ist bei uns ständig in Fulda rumgefahren, weil der halt dann immer wieder von Heidelberg über Frankfurt dann wieder getauscht wurde, Richtung, äh, Richtung Fulda, aber das waren natürlich nur Einflüsse, die dir so ein bisschen gezeigt haben, was ist auch technisch möglich, oder was, was kannst du hier mal so ein bisschen, äh, an Fading's dazunehmen, oder da waren plötzlich mal irgendwann so senkrechte Streifen vielleicht, äh, innen oder kamen aus der Ecke, da haben die ganzen Frankfurter das gemacht, das hast du natürlich auch ein bisschen so übernommen, aber, äh, so richtiger Austausch, dass du überhaupt, äh, gewusst hast, äh, wie du schon gerade gesagt hast, das war völliger Zufall, dass du mal wirklich im Fernsehen wieder mal so ein Bericht gesehen hast, äh, oder irgendwie, äh, ein Film, also Wildstyle, äh, war ja, war ja völlig, völliger Zufall, diese Videokassette, die ich gefunden habe, Style Wars wusste ich damals aber logischerweise, zum Beispiel, weil das ja in der Fernsehprogrammzeitschrift ausgeschrieben war, und ich voll auf Breakdance, und da stand halt drunter im Subtext, ja, und die Breaker, und die, äh, und Graffiti und so weiter, ah, Breaker, da hast du halt auf jedes Wort, äh, äh, oder wenn irgendein Bericht kam, oder im aktuellen Sportstudio sind dann irgendwie Breaker, die, äh, die New York City Breaker, oder die Rock City Crew aufgetreten, da wusstest du das schon, das wurde schon irgendwie angekündigt, aber drüber hinaus, äh, war das eher so eine Art Zufallsding, was mir sehr geholfen hat, in den Endachtzigerjahren, war, äh, dass ich mal, äh, in Fulda in die Bücherei gegangen, also nicht in die Bücherei, in die Bibliothek, sondern in Bücherladen, in den Buchladen gegangen bin, und da zufälligerweise, äh, so ein kleines Büchlein gefunden habe, äh, dass wir in den Münchner jetzt wahrscheinlich, die zuhören schmunzelnd, äh, noch rekapitulieren, äh, Graffiti Live, die Züge gehören uns, das hat, glaube ich, der Chemnos, der, äh, also Donnamzazza, und, äh, Lumet, also diese, die MBG-Leute, die haben das, glaube ich, über den Heine Verlag rausgebracht, so eine Art erste, oder eine der ersten Publikationen von Deutschen, die jetzt über Fotomagazine oder irgendwelche Fotos verschicken, hinausgingen. Und da stand halt ziemlich viel drin, steht da hinten im Regal übrigens, äh, über auch die Techniken, über die Vorangehensweise, da wurde erklärt, der Geltendorf-Zug, der berühmte, also der erste, 85, der erste Hole-Train da, der eigentlich technisch gesehen, eigentlich ein, äh, Hole-End-to-End war, und nicht mal das, weil die Bilder dazwischen noch, äh, äh, noch Pausen und Platz hatten, aber, äh, es wird immer so, als der erste Hole-Train verkauft. So, das heißt, äh, da hast du schon so ein bisschen auch, äh, Input jetzt, auf textliche Art gehabt, du hast auf jeden Fall, äh, Bilder gesehen aus München, also Züge, auf, auf, auf Klappseiten auch, du konntest so, äh, Bundseiten ausfalten in dem Buch, also das war das Erste, wo du richtig gemerkt hast, verstanden hast, was das überhaupt noch, die Begriffe erklärt wurden, da gab es hinten so einen Closer, wo halt die ganzen Begriffe, die die damals noch verwendet haben, halt drin standen, also da hast du wirklich, äh, den Input gehabt, zu sagen, okay, daran kannst du dich irgendwie orientieren, deswegen war München ja für mich auch so der, der Grundpfeiler, der mein Writer-Selbstverständnis eigentlich geprägt hat, noch lange vor Berlin oder Hamburg, das kam ja so oder so erst, äh, auch in der deutschen Entwicklung später, aber, äh, für mich persönlich auf jeden Fall, und die waren ja auch, äh, viel weiter, was diese ganzen, äh, ja, äh, einmal die Philosophie anging, also die haben sich viel mehr auch, äh, sag ich mal, akademisch mit der Sache auseinandergesetzt, da gab es ja diesen Dr. Kreuzer, der hat ja die erste, äh, sag ich mal, die erste legale Graffiti-Gemeinschaft, die Euro-Graffiti-Union, ins Leben gerufen, äh, damals, Ende der 80er, und wollte da so ein bisschen soziologisch auch schon, äh, das Ganze ein bisschen ergründen oder Aufträge und, und, äh, und irgendwie, äh, auch, äh, hat er auch einen Anwalt gekannt für irgendwelche Verfahren, hat er den Anwalt vermittelt, also er wollte da so ein bisschen das Ganze in die Legalität holen und so ein bisschen eine Plattform bieten für die Münchner Sprüher, äh, dass die quasi, äh, da nicht die ganze Zeit Stress kriegen, und dann, äh, also es wurde, äh, schon von einer ganz anderen, äh, Warte und von einer ganz anderen Ebene heraus, äh, an die Sache herangegangen, ähm, äh, die Leute selber haben sich mehr Gedanken gemacht, also Chemnus, wen kennt, der, äh, der kann dir ja, alles durchphilosophieren, jeden Pfeil und jede, äh, Serife und jeden Knick und jeden Swing, äh, kann der irgendwie, äh, analysieren und so weiter, also es war schon Spaß für die, das von der Seite aus zu sehen, nicht einfach nur Bomben, Bomben und, äh, hauptsache sieht einigermaßen cool aus, sondern die sind halt richtig mit Background an die Sache herangegangen, deswegen halt, wie gesagt, auch dieses Büchlein und deswegen auch die, äh, für mich halt wichtige, äh, dieser wichtige Input, äh, auch wirklich mal zu verstehen, äh, über die New York-Sachen, die ich ja jetzt schon kannte, oder, äh, ich hab dann irgendwann in München übrigens auch wieder, wo auch sonst, äh, dann, äh, ich glaub Ende der 89er und 90er, das, äh, das Subway Art, äh, bekommen im, im Hugendubel, also der dortigen Bücherei, äh, das war natürlich auch nochmal eine Offenbarung, da die, die richtigen geilen New Yorker-Sachen zu sehen, aber so überhaupt erst mal, ohne jemanden zu kennen und die ersten, die ich kannte, wie ich gesagt hab, waren ja dann eigentlich auch erst mal Nachfolger, sie wussten ja selber noch nicht so viel, das heißt, äh, jemanden zu haben, der der wirklich, äh, der Sonic, ja klar, der hat ein bisschen was erzählt, aber auch so ein bisschen rudimentär, äh, da hat es überhaupt keinerlei, äh, Bezugspunkt, was machst du da eigentlich, das ist, finde ich natürlich, äh, für die heutige Zeit teilweise auch ein bisschen schade, weil du kriegst logischerweise alles vorgesetzt, das bringt dich natürlich innerhalb von ein, zwei Jahren auf ein Level, äh, mit dem du durchaus mit allen konkurrieren kannst, auf der anderen Seite, der Spaß, den will ich definitiv nicht missen, über zehn Jahre lang, mein Ding, das war ja mein Ding, ich war ja definitiv alleine, äh, die ganzen Bauern und meinem Kaff konnten mir gestohlen bleiben, äh, da war mir auch egal, ob die mich deswegen haten würden, oder was, äh, ich hatte das Ding und ich konnte ja selber was mitmachen, das hat kein anderer gemacht, das ist natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn du sagst, okay, ach, Graffiti gibt's ja auch noch, das mach ich jetzt mal zwei Jahre lang, dann hab ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, dann lass ich's auch wieder sein, dann kommt wieder der nächste Mode-Hype, also, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich überhaupt so eine Leidenschaft entwickelt habe und so weitgehend auch bis heute noch, und wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende noch aktiv bleiben werde und, äh, das Ganze dann halt irgendwie auch weiterentwickelt habe, also ich beneide die heutige Generation definitiv nicht, das finde ich jetzt halt echt schade, dass die nicht die Möglichkeit haben, selber auszuprobieren, ohne gleich die Keule zu kriegen, ja, äh, was willst, äh, mit deinem Toy-Style und so weiter, äh, du hast ja überhaupt keine Möglichkeit, äh, dich zu entwickeln, weil du musst ja schon on point sein, bevor du überhaupt an die Öffentlichkeit trittst, damit du gar nicht erst untergebuttert wirst, das war damals noch so ein bisschen, sag ich mal, entspannter, natürlich gab's auch so die, die Elite, die gesagt hat, äh, unter uns, äh, dulden wir gar nichts, äh, oder mit uns, müssen alle unter uns bleiben, also das, das, äh, ist natürlich die andere, andere Seite der Medaille, also die Leute waren schon sehr elitär auch teilweise unterwegs, da sehe ich die Leute heute zum Beispiel viel offener, also auch die Oldschooler mittlerweile, die damals mit Sicherheit mit einem, der zwei, drei Jahre dabei ist, überhaupt nicht erst geredet hätten, das war so ein bisschen, ah, äh, üb erst mal so ein bisschen, dann kannst du mir, äh, Paroli bieten, aber heute sehen wir das alles viel lockerer aus, ich meine, mir geht's ja auch so, ich weiß ja auch, äh, mittlerweile, äh, kommen jetzt Jüngere auf mich zu, und, und merken, okay, der ist jetzt nicht irgendwie, äh, unbeschriebenes Blatt, sondern der ist jetzt Jahre dabei, äh, von dem kannst du vielleicht doch nochmal was lernen, oder der kann dir irgendwas erzählen, und da bin ich logischerweise auch viel entspannter, und sag jetzt, äh, nee, das lasse ich alles in meinem, äh, in meinem Kosmos stattfinden, äh, sieh zu, wie du da an deine Infos, oder an deinen Input kommst, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn das irgendwie, wenn du dann schon gesettelt bist, dann kannst du in aller Ruhe, oder ganz, äh, entspannt dann draufkommen, kannst du sagen, ja, mir nimmt ja keiner was weg, also muss ich jetzt die Leute jetzt auch nicht, äh, von Kopf stoßen, oder so. Naja, das, das stimmt, das ist auch so eine Art Bewertungssystem, was sich auch ein bisschen geändert hat, was du, was du angesprochen hast, ähm, wie würdest du sagen, hast du damals deinen Style entwickelt, so ohne Inspiration am Anfang, dann natürlich durch USA, amerikanische Sachen, ähm, die Filme, die du gesehen hast, vielleicht auch den Münchner Input schon, hat dich das sehr beeinflusst, oder hast du erstmal so deinen eigenen Kram gemacht? In den ersten Jahren, äh, logischerweise sehr beeinflusst, ganz klar, äh, das geht auch gar nicht anders, also ich denke mal, das sollte man sogar auch machen, äh, weil man sonst ja überhaupt keine Möglichkeit hat, in irgendeiner Form für sich selber eine, äh, eine Andockstation zu finden, was ist denn für mich jetzt Style? Das wird ja mittlerweile, kannst du ja überall, äh, kannst du nachlesen, oder kannst du in irgendwelchen Videos gucken, jeder erklärt dir Style, aber was ist es denn jetzt konkret, was ist denn Style wirklich? Äh, äh, das ist ja eigentlich im Prinzip nur dein eigener Ausdruck, also Style wird zwar oft, äh, als die Buchstabenform, wie immer quasi Buchstaben selber, äh, kreiert, welche, äh, Elemente setze ich dran, wie sind die Swings, oder, bin ich eher mechanisch unterwegs, oder was auch immer, also wie wird der Buchstabe an sich konstruiert, das ist aber nur ein Teil der ganzen Sache, weil man sieht ja, selbst wenn zwei Writer den selben Namen malen sollen, beim Battle zum Beispiel, dann wird ein Wort vorgegeben und die beiden, äh, äh, das Wort dann malen sollen und die würden es sogar voneinander abmalen wollen, du siehst aber trotzdem noch an der Linienführung, äh, der eine, äh, geht ein bisschen näher an die Wand ran, das heißt, der Strich ist nicht mehr so dick, der andere geht rein automatisch, ohne das zu wollen, hat er seine eigenen, äh, äh, Bewegungsabläufe und das, das, das erkennst du auch, wenn du das Bild kopieren willst von dem anderen, du kannst es gar nicht anders machen, als du selber bist, so, im Endeffekt, äh, ist das natürlich auch eingeflossen in meine, zwar technische, erst mal gebeitete Style-Entwicklung, wo ich halt viele Dinge natürlich übernommen habe, wo ich Sachen, äh, die mir gefallen haben, natürlich mit eingebaut habe, aber trotzdem auch schon gleich, äh, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, äh, das starke Gefühl hatte, ich will gar nicht, äh, der Beste werden, der Beste Styler oder der Beste, äh, nach ein paar Jahren schon die besten, geilsten Bilder malen und schön sauber und so weiter, sondern ich will erst mal wirklich spielen, ich will erst mal gucken, was ist denn das hier, was, was kann man noch machen, äh, kann man, kann man da, wie sieht das aus oder wie wirkt das, äh, in Kombination mit dem und so weiter, also im Endeffekt hast du ja, äh, äh, schon auch eine unterschiedliche, einen unterschiedlichen Input durch, durch München gehabt, weil ich ja da ja nicht nur die Münchner gesehen habe, sondern auch München sind in dem Zeitraum ja auch von weltweit, äh, Motu war da, habe ich die Bilder gesehen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere, äh, Style-Geschichte, äh, da, da hast du natürlich Sachen, die kannst du wunderbar mit kombinieren, aber im Endeffekt, äh, musst du dann doch irgendwann sehen, äh, du willst was Eigenes, was auch dann heraussticht, äh, heraussticht, wie gesagt, im Sinne von was Eigenes haben, das war mir immer wichtiger als, äh, ich will jetzt der beste Super-Styler sein, mit den perfektesten Schwüngen, und den perfekt ausgearbeiteten Buchstabenformen, das kam dann irgendwann später, natürlich, äh, die Zeit habe ich mir einfach gelassen, und, wer meine heutigen Bilder sieht, und ich weiß nicht, wenn, wenn, wer sich den, äh, den Podcast auf YouTube anschaut, der wird wahrscheinlich, wenn er die Anfangsbilder von mir sieht, äh, und den Unterschied zu dem, was dann irgendwie, äh, heute war, der wird ab irgendeinem Zeitpunkt wahrscheinlich feststellen, da ist plötzlich was ganz anderes gelaufen, und den Zeitpunkt kann ich auch ganz genau benennen, in meiner Style-Entwicklung, das ist, äh, ich habe ja gesagt, ich habe, äh, 1998 meine Jam da veranstaltet, die dritte Bioculture-Jam, und da waren zufälligerweise über die, äh, Stadt Allendorfer, die auch da waren, die kannten ein paar Leute aus Prag, und die waren zufälligerweise auch gerade bei denen in der Gegend, oder die waren da, und sind dann auch durch die Jam mitgekommen, und da habe ich die dann kennengelernt, und die haben mich rück eingeladen, die haben gesagt, pass auf, äh, ein Vierteljahr oder so im Sommer, äh, haben wir in Prag ein Riesending vor, auch eine Jam mit allem drum und dran, und so weiter, ist eingeladen, sollst da malen, so, dann bin ich da natürlich hingefahren nach Prag, und komme da hin, in die Location, so eine Brückenunterführung, von so einem, so einem Brücken, äh, Autobahneinbieger, der so nach Prag reinführt, Riesending, konnten, standen 100 Maler irgendwie, äh, glaube ich dran, und, äh, haben da gemalt, und dann stand ich so da, und hatte, äh, zu dem Zeitpunkt übrigens, äh, auch schon lange nicht mehr mit Skizzen gemalt, also Skizzenmalen habe ich auch recht früh abgelegt, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, äh, ich muss jetzt nicht mehr den Style, den ich mir vorher ausgedacht habe, äh, jetzt an die Wand bringen, äh, von der Skizze, das kann ich auch, äh, direkt an der Wand selber machen, das bringt mir für die Styleentwicklung auch viel mehr, weil die Wand ist ja schon mal ein anderes Medium, da machst du die Schwünge völlig anders, du kriegst sie nie so hin, wie auf der Skizze, also im Endeffekt, äh, hat es mir besser gefallen, wenn ich direkt auf die Wand gemalt habe, und das habe ich dann auch konsequent dann irgendwann aber Anfang der 90er gemacht, und als ich dann, wie gesagt, in Prag war, stand ich so da, und hatte wieder so meine typische, übliche Stylegeschichte so im Kopf, was willst du machen, hat die Farben bekommen, und, äh, stand so da mit meinen Dosen, wollte loslegen, hab mir überlegt, nee, irgendwie hast du keinen Bock auf dieses 0815 Ding, weil die Prager zu dem Zeitpunkt, oder überhaupt Tschechien und der Osten, war super experimentell, die haben, wenn man sich die Sachen aus dem Ende der 90er, da aus dem, äh, aus Block ansieht, das war ja dann das, was dann später in den 2000ern hier in Deutschland auch oft gemacht wurde, sehr viel abstrakte Sachen, sehr viel mit, äh, ja, so Illstyle mäßig halt, und da hast du dann halt gedacht, okay, äh, da reißt du dich jetzt nicht mit deinem Stino-Bild rein, sondern, äh, was könnte ich da machen, da bist mir die Idee gekommen, äh, warum hebst du nicht die Outline, also, ich habe schon ein klassisches Bild gemalt, so mit meinen Buchstaben, die Form, die es auch hatte, warum hebst du nicht die Outline, äh, vom Style ab und setzt sie ein bisschen daneben, aber machst auch eine, äh, quasi eine eigene Bewegung in die Outline rein, also sprich, dass man schon merkt, das war mal die Outline, aber die versucht so langsam eigenständig zu werden, also ich habe die Outline nicht komplett kopiert, und habe quasi, äh, einfach nur ein paar Zentimeter daneben gesetzt, äh, sondern habe da auch schon den, den Schwung verändert, habe nochmal eine Serie tief herangesetzt, etc., das hat mir halt, da wusste ich, okay, das ist was, damit kannst du weiterarbeiten, das hat mir super gefallen, und ab dem, habe ich die Bilder dann quasi, äh, komplett, äh, abgelegt, mit Outlines, etc., dann habe ich die Outline halt immer weggelassen, von meinen Bildern, habe dann quasi was anderes, konnte auch sein, dass sie mal irgendwie, so eine Art, äh, zweiter Style oder ein Outline aus dem primären Style halt rauskam, aber es war dann so diese, diese, diese Metamorphose, sage ich mal, dass man sagt, okay, der Style an sich steht noch so da, wie er ursprünglich war, aber er hat jetzt plötzlich ein Kind bekommen, das Kind entwickelt sich vielleicht eigenständig weiter, und das Kind, äh, beginnt selber seinen Weg zu gehen, und selber seine, äh, Ausläufe auch zu entwickeln, und ab da wusste ich, okay, da kannst du, äh, möglicherweise eine völlig neue Dimension aufmachen, du kannst nämlich den Style nicht einfach nur vervielfältigen, sondern du kannst auch noch, das ist erstmal eine neue Dimension, weil es hat sich ja abgehoben von dem ersten Style, und irgendwann habe ich dann auch die Outline wieder an den ersten Style rangebracht, das heißt, ich hatte ein Outline-Bild, und darüber gelegt dann quasi, die Outlines, die vorher da gewesen wären, die auch ein Eigenleben gehabt haben, dann habe ich da wieder Teile gefüllt, dann habe ich das Filling wieder zurückgebracht, in das zweite, so dass es irgendwann mal dazu kam, äh, dass ich heute teilweise sieben, acht Styles in ein Bild reinpacke, und dann habe ich, äh, klingt erstmal kompliziert, aber du hast tausende von Möglichkeiten, da unendlich Ideen reinzubringen, du bist nicht mehr nur limitiert auf deine zweidimensionale, äh, Ebene, wo du wirklich jetzt, äh, das tausendste Bild nur noch mit drei Pfeilen mal so, oder den Buchstaben nochmal so gezogen, aber irgendwann, äh, musst du quasi, äh, auf irgendwas ausweichen, was es auch schon wieder gibt, also im Endeffekt war das quasi so eine Art Revolution, fand ich jetzt für mich selber erstmal, aber später auch, äh, haben mir viele gesagt, dass es erstmal, dass wir sowas überhaupt in der Dimension gesehen haben, also, dass ich quasi einen eigenen Style, äh, entwickelt habe, der dann, äh, ja, zu dem geworden ist, was man halt heute so von mir kennt. Ja, das ist cool, ja. Wie, wie würdest du sagen, war zu dem Zeitpunkt dann auch so der, der Drang irgendwie zu einer Crew zu gehören oder in der Crew zu sein? Also war das damals, äh, irgendwie für dich so, so ein Weinstein, dass du sagst, jetzt lege ich mit anderen Leuten los, oder war das eher so, ja, ich bin jetzt in der Crew, man macht ab und zu was, aber ich mache prinzipiell mein eigenes Ding. Also das Crew-Ding ist ja mir schon recht wichtig, also, weil ich halt auch, sag mal, philosophisch, äh, von, von, von der Kultur her, ist auch in München abgesehen, aber, äh, nicht, kein deutscher Writer bin in dem Sinn, also viele haben ja angefangen, weil sie die deutschen Vorbilder sehen, aber ich, äh, wie gesagt, ja, komme aus dem klassischen, äh, amerikanischen Background, äh, was mein Beginnungsinteresse angeht, das heißt, auch die dortige Kultur war, auch das, was ich zuerst mit adaptiert habe, mit allem drum und dran, also, da gehört halt Crew, äh, und Blackbooks, und das Ganze ist ja, in der Sache, die kommt ja aus New York, von, von der ursprünglichen amerikanischen New Yorker Szene, äh, und das war etwas, was ich, was für mich selbstverständlich war, so, nachdem ich halt die Leute hier kennengelernt habe, hier in Fulda, die ersten Anfang der 90er, war auch klar, dass man da dann irgendwie zusammen abhängt, also, das heißt ja nicht, nur weil man jetzt irgendwie sein eigenes Ding macht, im, im Style, äh, äh, Verständnis, dass man deswegen ja seine, äh, seinen, so völlig den Eigenbrötler Film fahren muss, ich habe es schon immer auch gemocht oder genossen, äh, in der Gemeinschaft mit dabei zu sein, oder, äh, vor allen Dingen auch nach wie vor, bis nach heute, äh, Leute kennenzulernen, äh, die, die Spahn und interessant finde, die mir, äh, in der Zusammenarbeit auch, äh, mehr bieten, als wenn man mal nur zwei Bilder nebeneinander und es, äh, irgendwie, äh, hat keinen Bezug zueinander oder so, also das ist mir definitiv auch schon immer mal wichtig gewesen, äh, auch dieses Freundschaftsding, es gibt ja durchaus Crews, die sind eher, äh, die haben die Funktion, dass sie den Namen bekannt machen sollen, also quasi ein Multiplikator für den eigenen Namen, dass man quasi in der Crew, äh, mehrere Leute mit dem Crew Namen bekannter machen kann und es gibt natürlich dieses klassische, äh, Crew ist wirklich der enge Freundeskreis und wir hängen nur noch miteinander rum, das wäre es bei mir aber auch nicht gewesen, also nur jetzt die Crew, äh, wie viele New Yorker auch, die, äh, die in einer Crew dann quasi sind, weil sie sagen, das ist meine Familie und wir sind jetzt hier, haben unser Territorium und das muss verteidigt werden, etc., äh, sondern dass man sagt, okay, man kann auch durchaus, äh, Mitglied in mehreren Crews sein, weil die Leute unterschiedlich sind und, äh, und so hat es ja auch dazu geführt, dass ich, äh, ja, wie gesagt, dann auch in die BED gekommen bin in New York und in die GU, weil die da offen dafür waren, weil die auch den europäischen Einfluss wollten oder uns da irgendwie toll fanden und uns da dabei haben wollten, und deswegen, äh, finde ich das schon irgendwie auch, äh, vom Verständnis her, ist das für mich selbstverständlich, also das, äh, kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als, äh, mit anderen zusammen auch was zu machen. Also ich könnte jetzt nicht wie manche, äh, wirklich über Jahrzehnte im Keller zu sitzen und da jetzt einen Leinwand nach der anderen malen und dann, äh, irgendwie, äh, da so seinen Input oder sein, äh, so völlig zu verlieren, sondern ich brauche auch schon natürlich einen Austausch und es geht aber, denke ich mal, selbst denjenigen, die es verneinen, oftmals so, die sagen sich, okay, äh, ich bin doch hier so der große Eigenbrötler, aber eigentlich hast du immer irgendwo auch den Austausch genossen, wenn du da mal irgendwo auch was gehört hast, äh, und, und, äh, einfach mal so diese, äh, dich befruchten hast, Larsen von, von, von anderen Sachen und, äh, und dann auch mal im Zusammenspiel mit den Leuten dann auch, äh, zu ganz neuen Ideen und ganz neuen, äh, Entwicklungen gekommen bist, das ist ja durchaus auch eine Sache, die, äh, die, äh, irgendwann eine Sackgasse führt, wenn du immer nur für dich alleine bist und das hätte ich jetzt auch, äh, niemals haben wollen, eine Sackgasse irgendwo. Es ist natürlich auch, äh, äh, ein bisschen, äh, ein Art des Selbstverständnisses, wie du mit den Leuten umgehst, also, es gibt ja viele, die sind sehr, sag ich mal, ja, wirklich szenemäßig unterwegs, äh, Szene ist für mich heutzutage sehr gesplittet in unterschiedliche Milieus, da gibt's welche, die bleiben halt völlig unter sich, die haben auch mit der übrigen Szene, sag ich mal so, gar nichts zu tun, äh, da gibt's halt diese klassische Szene, so der Großteil halt, die halt auch wirklich auch so diesen Konkurrenzkampf miteinander ausleben und die auch miteinander, äh, interagieren, auch teilweise natürlich auch konkurrieren und auch ein bisschen Gewalttätigkeiten, äh, konkurrieren, äh, ist auch eine Form und auch ein Weg, äh, wäre aber jetzt nicht mein Ding, ich war schon immer jemand, der, äh, gesagt hat, ich möchte gern mit, äh, mit jedem zu tun haben, wenn's möglich ist und möchte mich nicht limitieren lassen auf ein Milieu oder auf eine Gruppierung, die mir dann vorschreibt, mit denen darfst du auch nichts zu tun haben, weil das sind hier unsere großen Feinde und mit denen verstehen wir uns nicht, das hat mich ja schon immer irgendwie, äh, angekotzt, aber trotzdem kann man ja seine eigene Meinung oder seinen eigenen Standpunkt haben und sagen, okay, äh, ich muss jetzt nicht alles annehmen, was du mir hier bietest, also wenn das jetzt irgendwie hier nicht läuft, dann machen wir es halt ein bisschen anders, also das geht's natürlich auch, aber im Endeffekt, äh, bin ich immer offen gewesen und bin auch immer bestrebt, möglichst viele Kollabos, äh, an den Start zu kriegen mit den unterschiedlichsten Leuten, äh, von denen ich halt logischerweise selber was halte, also wenn ich selber mit, äh, den Arbeiten von Leuten nichts anfangen kann, äh, dann bringt es dann nichts nur wegen, äh, ich hab mal mit dem gemalt oder ich, äh, da jetzt mit dem was zu machen, das ist jetzt nicht der Antrieb, aber ich hab schon auch, äh, durch meine Erfahrungen halt ein Repertoire an, äh, an Ästhetik, die mir gefällt und dementsprechend kann ich auch mit den unterschiedlichsten Leuten, äh, was anfangen, also ich muss jetzt nicht nur eine Schiene fahren und, äh, finde das halt dementsprechend logischerweise auch spannend, nämlich da überhaupt nicht reglementieren lassen, äh, in welche Schiene ich da gezwängt oder geschoben werde, das, äh, das mache ich so, wie ich Bock hab. Ja, safe, das zeichnet dann auch wieder so diese, diese Vielfältigkeit von Graffiti auch aus. Äh, was mich aber noch interessiert, ähm, was auch nochmal zum, zum Anfang führt, wann hat Graffiti, ähm, das Breakdance-Ding, äh, abgelöst, oder hat das das überhaupt abgelöst? Bei mir, äh, spezifisch. Ja, weil du ja gesagt hast, du wirst mit Breakdance und dieses ganze Hip-Hop-Ding irgendwie gestartet, ja. Und dann höre ich heraus, dass Graffiti das irgendwann übernommen hat. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das abgelöst wurde oder parallel weitergelaufen ist. Ja, parallel, also abgelöst definitiv nicht. Ich hab auch noch, äh, bis vor kurzem auch, also wenn ich irgendwo auf einer Party oder auf einer Jam wäre, äh, da mache ich schon noch den einen oder anderen Move, wenn jetzt, äh, der Beat stimmt oder, äh, aber jetzt nicht mehr als aktiver Tänzer verstehe ich mich halt logischerweise jetzt so nicht mehr. Also, äh, wenn du es so willst, ähm, also ich hab ja nicht aufgehört, okay, äh, ich hab jetzt keinen Bock mehr und ich fang jetzt mit dem nächsten an als Ersatz für das eine, sondern es war schon ein fließender Übergang. Äh, warum ich mit dem Tanzen in den, äh, äh, 80-Jährigen aufgehört hab, war auch viel meiner, äh, körperlichen Entwicklung geschuld. Ich bin ziemlich schnell, äh, nach meiner Pubertät in die Höhe geschossen und wer das, wer selber Großes weiß, wie schnell das auf die Gelenke geht und wenn du dann noch breakst, dann hast du irgendwann mal, äh, äh, Miniskusschäden und, äh, dann kannst du einfach nicht mehr. Das heißt, du musst, äh, halt überlegen, machst du das in der Intensität weiter und das war es mir logischerweise nicht wert. Dann wären die Verletzungen gekommen und da hab ich gesagt, ja, nee, äh, und das Malen kam ja, wie gesagt, äh, nur über diese Breakdance-Schiene, aber nicht so, so getrennt, dass man sagen hätte können, okay, das löst das eine, löst das andere jetzt ab, sondern ich, äh, hab das eine ja schon entwickelt, wo das andere ja noch aktiv war. Also, 86 war ich ja quasi, äh, schon zwei, drei Jahre, äh, äh, mit diesem Graffiti-Ding irgendwie, wusste ich ja schon, was das ist, so, also, noch nicht selber großartig gemacht, also, 87 war dann quasi, äh, zufälligerweise dann das, wo ich sage, da begreife ich mich als Writer, aber, wie ich schon gesagt habe, diese Go-Dinger sind ja 84 entstanden, also, da hatte ich ja schon, so, äh, den, den Einstieg, äh, und das hätte sich mit Sicherheit auch ohne Breaken, äh, entwickelt, aber das war einfach der, der Aufhänger, warum ich überhaupt dazu gekommen bin. Also, es war kein konkretes Ablöse-Ding, sondern einfach so ein paralleles Ding und, und wie gesagt, äh, tanzen habe ich dann auch, äh, Jahre später dann auch noch mal rudimentär gemacht, aber nicht auf dieser Trainingsbasis, dass ich dann, äh, Moves trainiert habe oder, oder, so richtig, äh, stricken die Sache da, äh, eingestiegen oder darauf hängen geblieben bin. Okay, ja. Ähm, hat die Motivation beim Graffiti bei dir, äh, sich in all den Jahren geändert oder ist sie immer noch relativ gleich zum Anfang? Ich würde lügen, wenn ich sage, die ist, äh, die ganze Zeit über gleich geblieben. Ich denke mal, jedem, der so lange dabei ist, äh, geht so, dass du schon auch deine Ups and Downs hast. Also nicht nur, weil du weniger malen kannst, aus irgendwelchen, äh, ökonomischen Gründen, wie bei mir zum Beispiel mit dem Sohn. Ich bin ja trotzdem am Ball geblieben, aber im Endeffekt, äh, hast du trotzdem, äh, immer mal wieder so, na, alle paar Jahre oder, oder in gewissen Phasen, äh, da gibt es vielleicht irgendwelche privaten Probleme oder irgendwelche Schicksalsschläge, Rückschläge, die dich mal so ein bisschen runterziehen oder auch wieder, äh, so ein bisschen an dir zweifeln lassen, wenn du jetzt jahrelang, äh, deinen Style da gefahren hast und dann, ja, so richtig kommst du da auch wieder nicht weiter oder hast du am Anfang, hast du gedacht, das bietet dir viele Möglichkeiten, aber jetzt merkst du, okay, die Möglichkeiten sind nicht mehr das, was du vielleicht am Anfang auch wolltest, du hast gar nicht mehr, äh, den Bock da drauf, äh, das so zu machen, du würdest es gerne so machen, aber dann bist du doch wieder gefangen in deinem Style-Ding, willst du nicht völlig wieder in den Break wagen und das zieht schon so ein bisschen auch an deiner Motivation, zu sagen, ja, finde doch erstmal deinen Weg, dann kannst du ja weiterreden und wenn du es dann weißt, dann, äh, kommt auch wieder so ein bisschen, äh, die Motivation, auch wieder die Begeisterung wieder, also jeder ist am Anfang natürlich super hungrig, das kann, glaube ich, jeder auch, äh, nachvollziehen, der über lange Zeit dabei ist und fällt dann so ein bisschen in so eine Routine und das x-te Bild, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich wollte dann in, äh, in Prag nicht mehr das x-te, äh, Bild präsentieren, sondern habe da dann wirklich gesagt, jetzt machst du mal irgendwie was anderes und habe dann gemerkt, okay, das ist es doch, bumm und das, äh, glaube ich, äh, lässt sich gar nicht vermeiden und es wird sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen aber ich habe schon ein ganz gutes Gespür dafür, dass ich, äh, in zwei Jahren definitiv noch nicht aufhöre mit Malen und, äh, also ich sage mal so frech, es kann immer anders kommen, es kann auch plötzlich irgendwie, äh, von heute auf morgen stehe ich auf, äh, und habe überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber da, da habe ich, das Gefühl hatte ich noch nie und deswegen sage ich, ich werde wahrscheinlich noch über Jahre hinweg bis, bis wahrscheinlich ins Grab hinein, äh, noch irgendwas gestalterisch machen, auch wenn ich irgendwann mal logischerweise, äh, mit 80 nicht mehr, äh, ohne Rollator und Rollstuhl unterwegs sein kann, werde ich mal eine Leinwände machen und was weiß ich, also wenn es die Wände nicht mehr gibt, äh, es wird auch viel fabuliert, äh, Dosen werden, äh, demnächst mal irgendwann wahrscheinlich von der Bildfläche verschwinden, weil erstens mal, äh, ist das der Großstoff, das Öl ja endlich, äh, äh, die müssen, und dann wird es irgendwann nicht mehr bezahlbar, äh, mal abgesehen vom, äh, vom Klimawandel etc., das heißt, da können sich Gesetze auch noch mal ändern und, äh, dann wird vielleicht, äh, die Dose verboten, allein aus Klimaschutzgründen, das steht ja alles noch in den Sternen, aber man kann sich ja ausrechnen, dass das möglicherweise ein endliches Werkzeug sein wird, da muss man sich halt überlegen, wie geht es dann weiter, mit was, welche Möglichkeiten habe ich dann noch, will ich eine große Wand gestalten, was, äh, mit Streichfarbe etc., abtönen und so, dann wird halt das nächste Ding kommen, dann werden sich auch die Techniken dann entsprechend ändern, dann kannst du halt keine Sprühfadings mehr machen, aber du hast dann eine andere Möglichkeit, also es wird schon irgendwas, wird immer kommen, denke ich mal, und du wirst, äh, immer was von mir sehen. Ja, und die Industrie wird ja auch weiter wachsen, ich meine, du hast ja auch die ganze Entwicklung mitbekommen, also damals habt ihr ja irgendwie aus dem Baumarkt irgendwelche Autosprühdosen genommen und dann irgendwelche Caps und da gab's noch kein Skinny Cap, kein Fat Cap und du hast ja ganz andere Technische. Ich glaube schon. Das ist ja der Klassiker, also Fat Cap war die erste von New York adaptierte, andere Kappe, die, bevor wir überhaupt Skinny's hatten, da haben die Leute zwar schon einen Fat Cap hier in München gehabt, aber die haben immer noch mit den Standard Caps, die Outlines gezogen, bis wir mal gewusst haben, auf welcher Deodose dann quasi die richtige Skinny Cap drauf ist. Ja klar, also diese einzelnen technischen Dinge, die passen sich auch irgendwie an, aber es gibt auch, was weiß ich, es gab ja auch, oder es gibt, lag auf Wasserbasis, die sind zwar natürlich jetzt für, für technisch Hochwertigere Sachen jetzt nicht so cool, aber wenn es nichts anderes gäbe, nimmt man natürlich auch die und wie gesagt, wir haben mit diesen Autocard-Dosen gemalt, das ist reine Industrie, Auto, Lackfarbe, wässrig ohne Ende, mit dem heutigen super Zeug, überhaupt nicht zu vergleichen und du hast trotzdem irgendwie dein Bild auf die Reihe gekriegt, das dauert dann zwar länger und du musst ein bisschen länger burschteln, du musst ein bisschen anders verarbeiten und so, das ist eine andere Herangehensweise, aber da kommen wir vielleicht auch wieder hin und du machst es einfach dann, du hast ja keine andere Möglichkeit als das zu nehmen, was übrig bleibt und das hatten wir damals nicht und das hat mir aber auch oder vielen anderen aus meiner Generation geholfen, das zu machen, was wir heute machen, weil die nicht darauf angewiesen sind, die tollen Dosen-Sponsoren, wenn ich nicht ausgerechnet die in die Marke, Dosen-Marke habe, dann kriege ich mein Bild gar nicht so hin, wie ich das will, scheiß drauf, dann male ich mein Bild halt ganz anders, als ich das erste Mal in New York war, die Krylon-Dosen da, das war die schrecklichste Wasserfarbe und irgendwie musst du trotzdem damit zurechtkommen, also es geht. Ja, das ist ja auch die Kunst, damit zu arbeiten, was man halt in die Hände kriegt. Ja, genau. Was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, so diese, dieses Szene-Ding im Sinne von, ich definiere mich jetzt irgendwo als Szene gegen etwas anderes, also sprich so immer dieser Widerpart zwischen Style-Writing und Street-Art zum Beispiel oder Mainstream-Writing zu Train- oder Untergrund-Geschichten und Bombing oder die Bomber gegen die Legalmaler oder was weiß ich. Also ich bin da immer jemand, der sagt, auch jetzt zum Beispiel was Öffentlichkeitsarbeit angeht, dass das da viel zu wenig einfach gemacht wird im Sinne von, wir haben auf der anderen Seite immer so ein bisschen den Anspruch, wir wollen ernst genommen werden, viele sagen nach nach 50 Jahren Hip-Hop ist Hip-Hop immer noch eine Kindergarten-Kultur, weil es wird jetzt abgesehen von den Multimillionären im Ami-Rap oder so oder mal ein Bushido der irgendwie ein bisschen mehr verdient dadurch, aber im Endeffekt so diese Gesamtkultur ist ja immer noch dieses Aha, die kleinen Kitties mit den Baggies wie Yo-Yo-Yo und das wird überhaupt nicht ernst genommen, sondern Graffiti-Writing natürlich genau dasselbe. Zwar gibt es ja mittlerweile auch viel die das hochprofessionell auch im Galerie-Zusammenhang machen oder durch ihre Aufträge etc. als weltweit auch anerkannte Künstler durchaus auch ernst zu nehmen sind, aber der Großteil der Masse weiß gar nicht, was sie sich mit ihrem gegenseitigen Verhalten ja selber verbauen. Also sie wollen auf der einen Seite was darstellen, wollen, dass es seriös genommen wird, auf der anderen Seite tun sie aber auch alles dafür, dass die öffentliche Meinung ständig negativ beeinflusst wird und wenn man da mal so ein bisschen gucken würde, okay, ich muss jetzt nicht immer irgendwie den Harten raushängen lassen und muss jetzt irgendwie nicht ständig anti sein und auch nicht anti meine eigene Szene, dass ich quasi nur mein Dogma verbreite und alles andere ist überhaupt nichts wert, sondern dass ich auch mal anerkenne, was die anderen irgendwie alle auf die Reihe bringen und was die anderen auch leisten und auch gebracht haben an Innovationen etc. Und dass das vielleicht auch gar nicht gegangen wäre, wenn man nur diese Underground-Schiene gefahren wäre, ist genauso falsch, als wenn man sagt, ich bin jetzt hier der große etablierte Künstler und ich bin, und du hast jetzt irgendwie nach fünf Jahren Writing-Geschichte immer nicht verstanden, warum das und das nicht funktioniert, ich weiß es besser etc. Mag ja sein, dass wir es besser wissen, aber es ist wirklich die Frage, muss denn wirklich der andere das, was du für besser hältst, auch adaptieren oder kann der nicht einfach spielen gelassen werden, selber auszuprobieren, was er damit macht und das fehlt mir halt massiv mittlerweile in der Szene, sage ich mal. Es gibt viele, die sind da ja völlig unbeeindruckt, die sind auch gar nicht Teil der Szene. Ich versuche da ja auch so ein bisschen so Reiter zwischen den Welten zu sein. Auf der einen Seite so die klassischen Leute zählen zu meinem Bekannten- und Freundeskreis, aber auch irgendwelche Innovatoren, wie der Z-Rock zum Beispiel, der so seinem Atelier sein eigenes Ding macht und sich da überhaupt nicht irgendwie vereinnahmen lässt. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Standpunkte und ich denke mal, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Die Leute sollten das untereinander aber auch mehr respektieren. Also Respekt an sich ist mittlerweile viel zu viel flöten gegangen. Es wird weder respektiert, was vor Generationen gemacht haben, gar nicht mal so als, wir müssen nicht als König in den Himmel heben, sondern wirklich zu respektieren, dass die der Grund dafür sind, dass du das machst, was du heute überhaupt machst, dass du überhaupt was machen kannst, dass du überhaupt eine Glaubhause davon hast, was du da jede Nacht hier veranstaltest oder jeden Tag, sondern das kommt von irgendwo her, genauso wie ich jetzt auch nicht, ich muss jetzt nicht jeden Oldschooler aus New York vergöttern, nur weil der sich für einen Oldschool-König da hält. Wenn der scheiße ist, ist er scheiße und wenn er menschlich scheiße ist, dann ist er menschlich scheiße, dann sage ich dem das auch, aber ich kann anerkennen, dass die Leute, egal was ich von denen halte, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich das Bild, das ich morgen malen werde vielleicht, so male, wie ich es malen werde. Das ist definitiv auf deren Wurzel gewachsen und das sollten die Leute irgendwie auch immer wieder im Hinterkopf behalten und nie vergessen. Ziemlich wichtige Sache, um die Kultur insgesamt auch im Leben zu halten, sonst wird sich das irgendwann mal selber implodieren. Ja, das ist wirklich eine sehr gesunde Ansicht. Gut, wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Du hast auf jeden Fall mega viele spannende Geschichten erzählt beziehungsweise einen sehr spannenden Werdegang. Möchtest du zum Ende noch jemanden grüßen oder irgendwie jemanden was mit auf den Weg geben, also den Hörern zum Beispiel? Ich habe mir überlegt, so eine Vorbereitung zum Podcast, weil wahrscheinlich auch wieder diese Grüße, Session kommen wird, wie hältst du es? Ich finde, das unterstreicht aber auch wieder so mein Ding, wo ich sage, ich bin zwischen den Stühlen und nicht so auf ein Paar fokussiert. Würde ich es mal ganz anders machen, so wie es sonst immer läuft in dieser Grußrunde, dass man quasi dann irgendwie so drei Leute und dann sind die anderen angepisst, weil die nicht genannt wurden. Also ich versuche jetzt mal wirklich, da habe ich mir auch einen Zettel vorbereitet, mal wirklich so Names zu droppen von Leuten, mit denen ich entweder in der Vergangenheit also näher zu tun hatte oder die in irgendeiner Form für mich wichtig waren, vor allem mit denen ich halt zusammengearbeitet habe und die auf jeden Fall nur die, die ich persönlich kenne oder so. Also ich kenne so viele unterschiedliche Leute weltweit mittlerweile. Die BED-Crew zum Beispiel, die erstreckt sich nach Indonesien, nach Australien, GU auch und die sind da weltweit vertreten. Da das aber ein deutscher Podcast ist und auch die Deutschen wahrscheinlich in der Regel nur zuhören oder quasi verstehen, was ich da sage, beschränke ich dann quasi meine Litanei auch nur auf die Deutschen und würde dann quasi meine Grüße dann raus. Also auf jeden Fall erstmal mein Sweetheart Julia und meinen Sohn Kai recht herzlich gegrüßt. Dann natürlich die ganze 3M-Rasselband, also der Bond, der Inc. 76, der Chaos, also nicht Chaos, sondern Kios eigentlich mit EO, aus Schmalkalden, dann der Momo aus Marburg, der Motel, aus Kassel, der Nahr 78, der Pass natürlich, der Post, Pove, Sonic, OO2 aus New York und der Zock. Dann natürlich noch jetzt in Englisch aber a big shout out to all the brothers and the sisters of the BED and the GU crew worldwide und dann natürlich auch an meine vierte Crew, die MGM Crew an alle und dann jetzt in alphabetischer Reihenfolge, dass sich keiner irgendwie bevorzugt einen Nachteil fühlt, den Akut, Autsch, Asi, Ask, Asthma, Badek, Belt, Beton, Beast, Block, Bomber, Burns, Kentu, Cario, Cass, Case, Chemnoss, Coconut, Cowboy, Cran, Crips, Crime von der TSC Crew, Dime, Darko, Dante, Davis, Deicho, Denar, Desk7, Detz, Double D, Trey, Eiser, Eitel, Ecke, MK, Empty, Enorm, Enter, I, Fanny, Flash, Flynn, Floor, Fnack, Fuego, Gips, Gif, Hux, Harm, Hate One, mein brother from another mother, House, die HBS Crew aus Fulda, also Zou, T-Rex, Zane, Sko, Eben und so weiter und auch alle anderen Fulda Rider, by the way, Jace, Janice, Unek, Kain, Chaos, 75, Cast, Carter, Keen, Kent, Kine, Kism, Köbis, Kobex, Kult, Kyle, Lex, Lumet, Luke, Matzi, Mi, Merrock, Mirko Machine, Moan, Moor von der AGS, Motor, Nebel, Noet, Ochse, Paco, Pecor, Peiser, Radek, Rast, Remus, Requiem, Resh, Retro, Visco, Zair 4, Sans, Satuan, Skid, Skorre, Simso, Semor, Sepia, Serg, Serz, Shack, Shock, Seit, 72, Sein, Sig, Sinner, Skor, Slayer, Snow, Sam, Sonic, Subway Rockers, Spade, 53, Speed, Spex, Spohare, Squaw, Shure, Success, The Arter, Tilo, Tumor, Twig, Venom, Few, Vince, Wards, Wired, Words, Wow123, Buam, Yours, Zest, und sein Bruder Dominik, Zine, Zedrock, und Zwist. Und spezielle Grüße noch an Babak, an BHT, von der VOC Crew und die gesamte VOC Crew, an Chris von Yacht5, DJ Densen, DJ Funky Vogelfutter, an Sascha Weigelt, Sunplast Movement hier aus Fulda, Tedster, und so wie alle anderen coolen Leute, Aktivisten und alle, die mich kennen und mögen. Stark, das war mit Abstand die größte Grußrunde bisher in dem Podcast. Vielen Dank für den Podcast, hat mich sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. Ja, dann bis Ende. Tschüssi. Ciao.